Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PicDrop Podcasts. Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Fotografen und Gründer von PicDrop, der Bildübertragung für Profi-Fotografen. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Kollegen aus der Fotobranche und lasse ihnen erklären, wie sie arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind. In dieser Ausgabe treffe ich mich mit dem Celebrity-Fotografen Jens Koch. Jens hat gefühlt alle Topstars dieser Welt vor der Linse gehabt und erzählt mir, wie es ist, ständig Promis zu fotografieren und welche Herausforderungen er dabei regelmäßig meistern muss. Wir unterhalten uns aber auch darüber, wie seine Arbeit als Fotograf dazu geführt hat, dass er für mehrere Monate in iranischer Haft saß und eine kleine Krise zwischen Deutschland und dem Iran ausgelöst hat. Und natürlich musste ich mich auch ganz dringend mit ihm darüber unterhalten, wie es dazu gekommen ist, dass Jens mit seiner Lieblingsband Rammstein herumreisen und die kompletten Tour- und Pressefotos für die Band schießen durfte. Es wird also ein wilder Themenritt und ich kann versprechen, dass du genauso viel Spaß und Freude beim Hören haben wirst, wie wir ihn bei der Aufnahme unseres Gesprächs hatten. Los geht's mit Jens Koch. Guten Tag, eins, zwei, drei. Böse, sehr, sehr böse. Die Aufnahme läuft schon, ne? Herzlich willkommen. Die Aufnahme läuft wirklich schon. Oh. Ja. Schneiden wir raus. Schneiden wir raus, genau. Wollen wir anfangen? Er nickt. Ihr könnt es nicht sehen, er hat genickt. Mir gegenüber sitzt. Jens Koch. Guten Tag. Jens Koch ist wie alt? Um die 30. Glatt gelogen. Mitte 30 so was. Mitte 30. 38 hätte ich jetzt geschätzt. Ja, richtig. Jahrgang 81, ne? Genau. Aus? Leipzig. Aus Leipzig? Ja. Hätte ich jetzt gedacht, du sagst Berlin. Ne, ich bin Leipziger. Aber du arbeitest in Berlin. Ich arbeite in Berlin, ne? Genau. Okay, schön. Und was machst du? Ich mache Fotos. Ein bisschen genauer müssen wir schon werden. Ich mache Fotos im Bereich People, Celebrity, ja, Portrait. Portrait. Prominentes Portrait, würde ich sagen. Ja, auf die Promis wollte ich gerade noch zu sprechen kommen. Denn unsere drei Themen heute werden sein Promis, 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 der Iran und Rammstein. Und wie das alles drei zusammenhängt, kannst du mir wahrscheinlich sicher gleich erklären. Und damit jetzt der Zuhörer versteht, was Jens Koch macht. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, an der Stelle lese ich so gerne die Kunden vor oder die Leute, die die Leute schon mal vor der Kamera hatten. Und du hast eine sehr, sehr lange Promi-Liste, die du schon vor der Kamera hattest. Und ich dachte mir gestern so, ich bin ganz clever. Ich mache so 26 Promis. Ich gehe von A bis Z. Ja. Und fange irgendwie so bei Al Gore an. Und bei Z wie, ich muss kurz blättern. Zara Leander. Bei Zara Leander höre ich auf. Und dann ist mir was Krasses aufgefallen. Es ist unmöglich, diese riesige Promis-Liste, die du hast, auf 26 runter zu kürzen. Weil allein bei B habe ich schon ein Problem bekommen. Wen nehme ich da? Benedikt Cumberbatch, Bill Murray, Boris Becker, Brian Cranston. Das ist der Typ aus Breaking Bad. Den Namen kennen vielleicht nicht alle, aber genauso berühmt. Oder Bud Spencer. Also schon beim zweiten Buchstaben ist bei dir so A-Liga angesagt. Ja, aber ich bin ja auch sehr alt, wie wir gerade festgestellt haben und hatte einiges an Zeit, die letzten 20 Jahre zu sammeln. 20 Jahre machst du das schon? Ja. Ich habe sehr, sehr früh angefangen. Ungefähr mit 7. Nein, natürlich mit 16, 17. Ja. Und seitdem durchfotografiert. Seitdem durchfotografiert und mit 20 dann hauptberuflich weiterfotografiert. Vorher schon ein paar Jahre angefangen. Okay. Bevor wir den Lebenslauf gleich noch ein bisschen weiter aufdröseln, ich will ganz kurz einmal diese Liste runterrattern. Falls wir hier ein bisschen leilen, das hat nichts mit Drinks zu tun, die wir hier nebenbei trinken. Ich will trotzdem mal die Liste runterrattern. Al Gore, Benedikt Cumberbatch. Ich lasse jetzt, versuche jetzt wirklich von jedem Buchstaben nur ein. Chair, Christian Ulm, den Dalai Lama hast du vor der Kamera gehabt. Danny DeVito, Drew Barrymore, Harrison Ford, Herbert Grönemeyer, Jack Black, Jan-Josef Liefers, Jared Leto, Joe Cocker, Kai Pflaume finde ich ganz geil. Tolle Mischung hast du da. Ja, ne? Kate Hudson, Kevin Kostner, Lady Gaga, Mark Wahlberg, Matt Damon. Ich habe natürlich jetzt so die Ami-Promis rausgesucht, ne? Ja. Ganz klar. Matthias Schweighöfer, Pamela Anderson, Pete Doherty, Samuel L. Jackson, Sylvester Stallone, Tom Hanks, Tom Schilling, Udo Lindenberg, Ursula von der Leyen, Wesley Snipes, Wolfgang Joop, Kat Stevens. Ja. Das ist schon krass. Ja. Da bin ich ja Starfotograf. Du bist sozusagen, ja, genauso würde ich dich auch irgendwie ankündigen. Starfotograf oder Promi-Fotograf. Ist eigentlich mit Starfotograf der Fotograf gemeint, der ein Star ist? Oder ist damit gemeint, dass der Fotograf immer Stars fotografiert? Also ganz ehrlich, bei manchen Fotografen, wie sie sich da draußen präsentieren und der Öffentlichkeit zeigen und selbst definieren, frage ich mich das manchmal auch. Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Egos von Fotografen. Ja. Genau. Aber erste wirkliche Frage hier in diesem Gespräch. Bist du bei all diesen Stars, die du regelmäßig vor der Kamera hast und warum du die vor der Kamera hast, da kommen wir noch gleich zu, bist du noch aufgeregt, wenn du die triffst? Ja. Das liegt vor allem daran, dass ich keine Zeit habe. Dass ich ganz wenig Zeit habe. Lieber Andreas, du wirst das kennen von deiner Fotografie. Du machst ein Interview für ein Magazin und eine Zeitung und dann heißt es, wir machen noch ein Foto. Und dann hast du im besten Fall fünf Minuten, im schlechtesten Fall 30 Sekunden Zeit und da muss natürlich dann alles sitzen. Da darf nichts schiefgehen und da kannst du nichts mehr einstellen. Du musst quasi blind das Bild einrichten und stehen haben, damit da jemand ganz schnell so fotografiert wird, als hätte derjenige ganz viel Zeit gehabt. Aber mit Assistent arbeitest du schon, weil du sagst blind einrichten, du hast schon jemanden dabei, um wenigstens das Licht vorher aufzubauen und zu testen, ne? Ja, im besten Fall schon, aber Assistent hilft halt dann als Einstellmodel dann leider auch nicht immer, weil, ja, ob du es mit einer Person einstellst, die vor der Kamera steht, die man im Zweifel noch kennt oder jemand, den man nicht kennt und der vielleicht auch nicht so eine Ausstrahlung hat, wie zum Beispiel Kai Pflaume. Du versuchst auf meine, er grinst, du versuchst gerade auf meine Liste zu luschern, aber wir finden hier bestimmt noch andere Beispiele, eine Ausstellung, wer von denen hat eine Ausstellung? Der Dalai Lama, Harrison Ford ist hier auch ganz dick bei mir. Ja, also, der Dalai Lama ist zum Beispiel witzig, weil mit wem willst du das einstellen, ne? Das war aber tatsächlich jetzt auch keins meiner großen fotografischen Portrait-Highlights, würde ich sagen, das war auch Zwischentüren Angel und da konnte man nicht groß irgendein Setup machen. Da hast du ein Hotelzimmer, das du dir nicht aussuchen kannst und dann hast du Sekunden Zeit, um zu überlegen, okay, wie lässt du das jetzt hier gut aussehen? So ähnlich wie wenn du zu einem Minister oder einem Politiker ins Büro kommst und denkst so, fuck. Ja, wobei ich ja streite mir ja schon immer, diese eine Stunde vorher reinkommen zu dürfen. Ja, ganz wichtig, Vorbereitung ist alles und das funktioniert ja in einem Ministerbüro nochmal besser als bei einem Interviewtag von irgendeinem Schauspieler, der in Berlin ist, um einen Film zu promoten und alle 15 Minuten einen neuen Interviewpartner bekommt und da zwischendurch noch eine Minute Fototermin eingeplant bekommt. Da hast du oft nicht die Möglichkeit, in dieses Zimmer vorher reinzugehen, oder? Du kannst oft einfach nicht in das Zimmer rein. Wenn es mir wichtig ist, dann buche ich mir selber noch ein Zimmer. Nebenan oder so? Ja, genau. Oder ich habe einen guten Draht zum Hotel und bekomme dann einen Raum, den der Filmverleih oder wer auch immer da gerade ist, nicht gebucht hat. Aber es kommt doch oft genug vor, dass du, also die Liste könnte eigentlich noch ein bisschen länger sein, wenn da nicht so viele Bilder dabei gewesen wären, die einfach nichts geworden sind, weil einfach alles eine Katastrophe war. Von der Laune bis zur Location. Da hast du mir eine Frage gleich vorweggenommen. Du siehst mich schnell blättern. Dein größter Fail bisher, du kannst auch gerne mehr als einen nennen, weil du hast ja selber schon aufgemacht. Wie kommst du denn darauf, dass es mir da mehrere einfallen würden? Weil du es gerade schon so gesagt hast. Das wäre aber, ja, ich rede aber ja nicht von meinem Fail, das ist ja dann der Fail von den anderen. Ja, stimmt, eigentlich schon. Also du versuchst ja schon dein Bestes zu geben. Ich versuche mein Bestes zu geben. Aber es gibt ja immer die Promis, die nicht können, wollen. Wo bist du bisher am dollsten auf die Fresse gefallen? Auf die Fresse gefallen? Fällt mir jetzt tatsächlich spontan nicht ein. Bin ich schon öfter. Würde ich aber so nicht sagen. Ich würde dann einfach sagen, das war nichts. So, danke, weitermachen, weil so wichtig ist es dann nicht, ein Foto von einem gut aussehenden amerikanischen Schauspieler zu haben, der absolut überhaupt keine Lust hatte, sich fotografieren zu lassen. Du willst keinen Namen nennen, ne? Nee. Nee? Die Frauen lieben ihn. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß, wer es ist. Alle können sich das jetzt denken, ne? Ja, hat zufällig eine Villa in Italien an einem See und fährt gerne Boot. Nein, der ja nicht. Der ist ein super Schatz, glaube ich. Aber den zum Beispiel, den kriegt man nicht, weil die machen einfach mega dicht bei dem, was Fotos angeht. Du sprachst von George Clooney. Ich meinte George Clooney, ja. Ja, den meine ich auf jeden Fall nicht. Dann bleibt ja nur noch Brad Pitt. Nee, der auch nicht. Ich glaube, der ist auch cool. Okay, und dann kenne ich mich zu wenig mit amerikanischen Schauspielern aus auf denen. Aber es kommt öfter mal vor, dass Leute nach Berlin gekarrt werden und einen ganzen Tag Interviews machen müssen und dann keine Lust haben, fotografiert zu werden. Das verstehe ich auch. Also jetzt im Nachhinein kann ich das mehr nachvollziehen. In der Sekunde rege ich mich natürlich innerlich darüber auf. Wie, aber ist es schon passiert, dass du dann da für deinen Kunden hin bist? Dann wurde dieses 15, 20 Minuten Interview gemacht und eigentlich gingen alle davon aus, wir machen noch ein Foto. Deswegen wurdest du gebucht und bezahlt und du kommst da mit und dann sagt der Star, nö, kein Bock. Du wirst ja oft eigentlich nur für das sogenannte Interviewfoto gebucht und das Porträt ist dann meistens noch nicht mal Auftrag, beziehungsweise inzwischen dann schon geworden, weil der Kunde gemerkt hat, da kommt noch ein bisschen mehr bei rum. Aber eigentlich ist das dann die Kür, bei so einem Termin einfach ein schönes Porträt zu machen. Klär uns mal kurz auf, Interviewfoto heißt bei dir, also das Gesprächsfoto. Das Gesprächsfoto, genau. Das ist nicht anders als bei meinen politischen Gesprächen. Wird das überhaupt oft gedruckt? Also wenn Madonna ein Interview gibt, wird dann das Bild, wie sie spricht, oft gedruckt? Das wird dann schon gedruckt, weil die Medien, das Magazin ja auch stolz darauf ist, dass sie die Person getroffen haben. Das heißt für dich, deine Porträts, die man auf deiner Website findet, das sind eine Menge, sind meistens eher Add-ons. Also nicht zwingend, das ist immer so ein Bonus. Wenn das geklappt hat, schön. Wenn nicht. Ja, also es hat sich natürlich in den letzten Jahren ein bisschen gedreht, weil ich natürlich auch irgendwie eigene Termine mache, die dann ohne Magazin sind oder dann halt für Filmverleih, Plakatproduktion. Also es ist tatsächlich ein bisschen weniger nachrichtlich als eher dann werblich geworden. Und dann hat man natürlich Zeit und auch einen konkreten Plan, was man macht. Aber bei diesem Kurztermin im Adelhorn, im Hotel de Rome, was ist es noch? Ja, die klassischen Häuser in Berlin. Die üblichen fünf, genau. Ja? Ja. Da kommt man manchmal einfach nicht zum Schuss. Ja, nee, soweit ich die, so sehr ich die Hotels auch liebe, aber nach zehn Jahren hat man doch wirklich, kennt man wirklich jedes Hotel und jedes Zimmer. Und ich weiß immer genau, was ich mitnehmen muss, damit man am Ende das Hotel nicht sieht auf dem Foto. Das ist jetzt schon so, dass du die Hotels, ich meine, ich kenne es auch von mir, wenn ich das fünfte Mal im Hotel de Rome war, dann weiß ich ganz genau, wenn ich vorne am Empfang frage, zwei Stunden vor dem Shooting, können sie mir vielleicht noch ein extra Zimmer geben, damit ich aufbauen kann? Und die sagen, nein, dann weiß ich sehr genau, doch, da gibt es noch das eine Zimmer, den einen Ballsaal, da ist an dem Tag keine Veranstaltung. Das hast du auch alles schon entstanden. Ja, wobei das Hotel de Rome tatsächlich eine Ausnahme ist. Schönen Grüße an der Stelle. Da hatte ich letztes Jahr eine ganz tolle Ausstellung. Gut, die sind wahrscheinlich sehr kooperativ, aber andere Hotels. Genau, aber es gibt ja auch Hotels da in Berlin, da gehst du rein und denkst so, oh nee, bitte nicht, ich möchte nicht dieses braune Holz und die gelbe Tapete und, aber dann weißt du, das weißt du halt vorher und dann bringst du alles mit und kriegst im Idealfall dann rechtzeitig gesagt, wo du dich aufbauen kannst und dann steht alles und dann. Kommt der Star für eine Minute? Genau. Wir kommen auch gleich noch ein bisschen sehr konkreter zu dem, wie du dann arbeitest, wie du dann versuchst, da in diesen ein, zwei, fünf Minuten das Beste rauszuholen. Vorher noch so meine ganzen Plattenfragen wollte ich noch einmal runterrattern, vielleicht doch in der Hoffnung. Sag mal, Schallplatten. Wie? Plattenfragen. Schallplatten. Lass uns über Schallplatten. Herzlich willkommen beim Podcast, beim Vinyl Podcast. Nein, was ich meinte, platte Frage, ganz kurz, schnelle drei Fragen. Nett ist der Megastar bisher. Naja, da kannst du den Namen sagen. Das sind so die random Fragen, die man eigentlich ganz leicht beantworten müsste. Ich bin so ein negativer Typ, deshalb würde mir am ehesten einfallen, ach nee, das muss ich dann gleich beantworten. Nee, fällt mir auch nicht ein. Ich überlege kurz, Nett ist da. Das ist jetzt Zeit, ich kann's für nur die Pause rauskürzen. Lady Gaga war tatsächlich sehr süß und interessiert und ist eine sehr warme Person, die ein echt gutes Gefühl gibt, obwohl du mit der ja nur fünf Minuten zu tun hast. Die macht dich zum Freund innerhalb dieser fünf Minuten, ja? Ja, da merkt man, der ist wichtig, dass du als Fotograf dich wohlfühlst und das kommt eigentlich nicht so oft vor. Hast du zufälligerweise die andere Folge dieses Podcasts gehört mit dem Paparazzi, Paparazzo heißt es dann? Ja, natürlich. Der hat ja auch sein Erlebnis von Lady Gaga geschildert, wie selbst er als Paparazzo von Lady Gaga seinen Schuss bewusst bekommen hat und selbst er von Lady Gaga ganz nett behandelt wurde und sein Programm kam. Ja. Ist schon schön, dass die jetzt in beiden Folgen wieder auftaucht. Wie hieß der Paparazzi nochmal? Ich hab's vergessen. Ja, den Namen, ich komm mir jetzt auch gerade irgendwie nicht in den Kopf, leider. Nee. Jetzt seh ich dir nachher nochmal, fällt mir wieder ein. Anstrengendster Megastar, ich versuch's nochmal. Ähm. Was ist anstrengend? Ich bin ja mittlerweile dann auch ein bisschen älter geworden und ein bisschen selbstbewusster und wenn einer keine Lust hat, dann hab ich auch ganz schnell keine Lust und sag danke. Weil wenn du mitbekommst, okay, der ist jetzt total zu, dann kannst du es auch sein lassen. Aber wie schon gesagt, man kann es auch nicht verübeln, weil wenn dann irgendwie ein Schauspieler gejetlaggt hier ankommt und dann um zwei Stunden schläft und dann Interviews geben muss, obwohl er eigentlich lieber Filme dreht und dann im Vertrag noch drinstehen hat, irgendwie zwei Promowochen in Europa machen zu müssen, dann kann man auf der einen Seite natürlich sagen, ja, Augenaufbau der Berufswahl. Auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, dass man dann jetzt nicht alles gibt und halt die Mütze auflässt und die Kapuze an und sitzen bleibt. Aber es sind auch schon Leute bei dir rausgerannt und dann erst nach ein paar Minuten wiedergekommen, oder? Jetzt grinst du, weil du merkst, ich hab meine Recherche gemacht. Aber das war tatsächlich ein schöner Termin, das war Pamela Anderson in Paris, haben wir die fotografiert, die war da auch, um Interviews zu geben für, sie hat irgendwie eine private Doku gehabt und hat die an irgendeinen Streamingdienst verkauft. Und dafür hat sie Interviews gegeben und es hieß aber vorher, sie lässt sich nur fotografieren, wenn man ein Ringlicht mitbringt. Sie weiß warum. Wollen wir es erklären? Du weißt auch warum. Ja, gerne, es ist ja ein Fotografen-Podcast. Möchtest du erklären? Nee, bitte, du bist das Technik. Also ich hoffe, ich labere jetzt keinen Mist, aber ein Ringlicht füllt natürlich Falten, Schatten etc. Und jeder Mensch sieht vor dem Ringlicht erstmal, wenn man es nicht falsch einsetzt, per se fünf bis zehn Jahre jünger aus. Genau, das ist das Influencer-Licht heutzutage. Genau. Die haben alle ein Ringlicht zu Hause und stellen da ihr Handy dran und dann ist alles glatt, weil das natürlich glatt ausgeleuchtet wird von vorne. Auf jeden Fall, zurück zu Pamela. Ich dachte ja, okay, mit Pamela bin ich ein bisschen aufgewachsen, Baywatch und so weiter, da gebe ich mir besonders Mühe. Brauchst du ein großes Ringlicht? Hab mein Vater damit beauftragt, eins zu bauen, weil der sehr gerne bastelt. Du hast ein extra Ringlicht gebaut, das verarscht mich jetzt, oder? Aus 20 Glühbirnen hat er auf Holz genagelt ein riesiges, unfassbares Ringlicht gebastelt, das wahrscheinlich einen Stromverbrauch hatte. Aber du weißt schon, dass man die auch einfach hier im Rennen für 30 Euro den Tag mieten kann, ne? Ja, aber nicht dieses Geschoss, was mein Vater gebaut hat. Es war sehr, sehr schwer. Wir sind von Köln mit dem Auto nach Paris gefahren, um es zu transportieren und hatten auch ausreichend Zeit, es aufzubauen. Und wir hatten ein ganz tolles Setup, eine riesige Suite im Hotel und ein Traumset aufgebaut mit Rosen und alles, was wir hatten, ganz toll schaffiert. Und ich habe mich ganz toll gefreut. Das wird das beste, tollste Beauty-Porträt in meinem Portfolio, weil ich ja jetzt nicht so der große Frauen- und Beauty-Fotograf bin. Dachte ich, das ist doch ganz gut. Und dann haben wir das alles aufgebaut und dann stand dieses riesige Licht im Raum und sie kam rein und schrie nur und rannte wieder raus. Warum? Das weiß ich bis heute noch nicht. Sie war irgendwie erschrocken von der Technik, die aber ganz gut fotografiert hat. Sie hat sich dann eingekriegt und hingesetzt und hatte dann ihr Licht, was sie wollte. Gibt es das Foto auf deiner Website? Können wir das verlinken in den Show Notes oder so? Ja, okay. Also für die, die jetzt wissen wollen, wie das Ergebnis, was da am Ende rauskam, www.jenskochfoto.de, glaube ich, ne? jenskochfoto mit ph.com oder kochfoto.de Oder kochfoto.de, okay, schön. Gucken die Leute noch auf Homepages? Die gucken doch noch bei Instagram. Ja, oder Instagram. Was ist da in Kürzungen? Jens Koch findet man schon. Jens Koch. Also Jens Koch bei Instagram eingeben. Wenn ihr auf diesen Podcast gekommen seid, dann werdet ihr das über unseren Instagram oder so eh wahrscheinlich gefunden haben. und dann haben wir dich da verlinkt. Ganz unten ist dann Pamela. Allerdings ist da ein Foto drin. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, was sie nicht freigegeben hat. Sie hat nämlich tatsächlich die Bilder direkt auf der Kamera sich angeguckt. Ich habe damals noch auf Kamera fotografiert und nicht direkt in den... Also auf Film? Nee, also auf... Ja klar, sie hätte sich ja nicht angucken können. Nicht. Oh Gott, ja. Ich musste den Film direkt entwickeln in der Suite. Genau. Und dann hat sie mir doch tatsächlich von zehn Bildern irgendwie neun gelöscht. Wie gelöscht auf der Karte? Sie wollte sie löschen. Also sie hat sie gelöscht auf der Karte und sie ist nicht weggegangen, bevor die Bilder gelöscht waren. Krass. Sie wusste allerdings nicht, dass es diverse Recovery-Programme gibt. Ja klar. Das wäre jetzt das Erste, was mir eingefallen wäre. Und natürlich habe ich mein Lieblingsfoto am Ende ausgesucht und nicht, dass das sie ausgesucht hat, wo sie die Haare im Gesicht hat und man nichts von ihr erkennt. Aber hast du das schon mal... Also ich habe es in wahrscheinlich mehreren tausend Shootings noch nicht erlebt, dass ein Promi oder irgendwer mir an die Kamera geht und fordert, das direkt zu löschen. Das ist ja eigentlich immer ein Vertrauensverhältnis zwischen Fotograf und gegenüber. Nee, hatte ich dann auch tatsächlich nur einmal. Mit ihr? Und mit besagten Schauspieler, dessen Namen ich nicht sagen wollte, der keine Zeit hatte, Fotos zu machen, aber sich dann tatsächlich zehn Minuten Zeit genommen hat, das Interviewfoto mit dem Interviewer auszusuchen. Ja. Das war dann schon absurd. Das ist ja oft so, dass fürs Foto stehen zwei Minuten bereit, aber hinterher wird nochmal fünf Minuten mit dem Redakteur Smalltalk gehalten. Und der stand da und der ging gar nicht weg. Ja. Und es ging nur um drei Fotos, die völlig egal waren. Soll ich mal mein lustigstes Erlebnis dazu zum Thema Zeit war ein Fotoshooting mit Christian Lindner, wo es war der klassische eineinhalb, einen Stundentermin, wo am Ende für den Fotografen so zwei Minuten abgezwackt werden. Ich hoffe, das hören jetzt nicht die falschen Personen. Und alles verzögerte sich und verzögerte sich und wir waren irgendwie schon insgesamt eine Stunde drüber, weil einfach der gesamte Terminplan an dem Tag verschoben war. Und während wir dann also auch schon eine Stunde verspätet auf unsere zwei Minuten warteten, kamen zwei, drei Kollegen oder zwei Kollegen vom Verband des Deutschen Bäckerhandwerks oder so vorbei. Und da war Christian Lindner den Tag vorher oder so aufgetreten und hat so im Scherz auf der Bühne irgendeinen Preis entgegengenommen und hat im Scherz gemeint so, ja, jetzt habe ich ja, ich dachte, ich würde einen Korb voller Brot kriegen. So, als Witz, was man halt so macht als Politiker. Lange Rede, kurzer Sinn, am nächsten Tag kamen diese Menschen vom Verband des Deutschen Bäckerhandwerks dahin. Und während wir auf unsere zwei Minuten warteten, kamen die relativ spontan zum Termin dazu. Und ich hatte zwei Minuten für das Foto. Sie hatten zehn Minuten mit ihm, um ohne Termin kurz über noch ein Foto für Instagram zu machen und über diesen Korb voller Brot zu quatschen, den sie ihnen dann rumgebracht haben. Und da merkt man dann leider sehr, sehr oft, das kennst du auch, Prioritäten sind nicht oft in unserem Sinne irgendwie besetzt. Nee, überhaupt gar nicht. Wobei du es mit Christian Lindner ja noch ganz gut getroffen hast, wenn ich mich da so an Politik, Politiker, Fototermine erinnere. Der ist ja einer der wenigen optisch dankbaren, finde ich ganz persönlich. Und er hat Fotos verstanden. Er will ja fotografiert werden wenigstens. Genau, genau. Und also die meisten Politiker will man ja gar nicht mehr. Also ich bin wirklich so Politiker verdrossen, fotografisch. Warum? Es ist ein Graus. Und bestes Beispiel tatsächlich, und du hast sie auch schon fotografiert, wir wollen ihren Namen nicht nennen. Ich habe ihren Namen gerade gesagt. Sie hasst es, fotografiert zu werden. Findest du? Wir alle wissen, warum. Ja, Angie hasst es. Ach so, du meintest Angie. Ich dachte, du meinst jetzt Frau von der Leyen. Ich war gerade so, hä? Nee, den Namen habe ich gerade nicht genannt. Nee, von der Leyen war tatsächlich auch sehr nett. Ja. Aber mir bleiben dann tatsächlich eher so die langweiligen Drögenpolitiker im Kopf. Und es ist einfach immer, es tut immer weh. Und bei Mutti tatsächlich, die habe ich glaube ich vor 10, 15 Jahren mal fotografiert im Kanzleramt an ähnlicher Stelle wie du. Wie ich, ja. Und wie alle anderen auch. Und du hast da halt, also ob du sie 10 Sekunden fotografierst oder eine ganze Stunde, ist total egal. Es gibt genau eine Einstellung, ne? Also es gibt genau einen Ausdruck. Es wird nichts anderes geben. Und dafür bewundere ich Andreas Mühl zum Beispiel, der es geschafft hat, dann so von ihr abzulenken und dann mit Location so viel macht. Du meinst das berühmte Foto von ihr unterm Baum in ihrer… Ja, noch nicht mal das. Also da reicht auch so ein Schnappschuss im aufgebauten Fotoset von der Seite fotografiert, wo sie irgendwie gerade mal unachtsam außerhalb des Protokolls nach rechts guckt. Also nicht, dass es ein Protokoll bei ihr gibt, aber sie lässt sich einfach nicht gerne fotografieren und das macht einfach wirklich keinen Spaß, weil sie nach 30 Sekunden sagt, so jetzt haben wir es aber auch, ne? Genau, den gleichen Spruch habe ich auch bekommen. Genau, und das sagt sie immer. Und ja, wir haben es auch schon vor 20 Sekunden gehabt. Danke. Aber schön ist halt noch was anderes, ja. Ja. Das war bei dir vor 10 bis 15 Jahren auch schon so, ja? Ich dachte, das hätte sie über die Zeit perfektioniert, quasi ihre Pressesprecher und Co dafür. Also es war bei mir ein enormer Druck da, war bei dir vor 10, 15 Jahren auch schon so. Diese ganzen Einschränkungen, Restriktionen, das ist dasselbe Wort, ne? Ja. Ach, es gab gar keine Einschränkungen. Es war nicht so, dass irgendwer was angesagt hat oder so, aber man denkt so, oh, man fotografiert jetzt die Bundeskanzlerin, das ist ja was Tolles. Aber ist das vielleicht was, wo wir uns von frei machen könnten? Also ich weiß, ich war enorm unter Druck und ich habe am Ende, weiß ich nicht, 6, 10 Mal abgedrückt und wenn dann die Kanzlerin sagt, so, das war es jetzt auch, ich habe mich einmal getraut zu fragen, nee, warten Sie kurz, ich hätte sie gerne noch einmal mit Händen hängend oder irgendwie so, dann habe ich noch vier Mal abdrücken können. Dann macht sie das vielleicht auch. Dann macht sie das vielleicht auch und dann, wenn sie sagt, so, das war es jetzt aber auch, dann bei jedem anderen würde ich sagen, Moment, ich habe doch noch, ich brauche doch noch eine andere Einstellung oder sowas und bei ihr sagt man so, ja, okay und zittert und weg ist sie. Ja, genau, aber du hackst da nochmal nach, ja, also wenn bei mir, also einmal würde ich sagen, nee, jetzt, warte mal, wir machen noch das, aber ein zweites Mal, dann hat derjenige ja so einen Druck, da kann eigentlich auch nichts mehr bei rumkommen. Also das ist ja immer die Challenge beim Fotografieren, gerade wenn du keine Zeit hast, denjenigen bei Laune zu halten, mit irgendwas, das muss in den ersten 10 Sekunden muss das Klick machen. und bei Politikern macht es halt meistens nie Klick, egal wie lange du die fotografierst, finde ich. Also Urban Zintl hat jetzt in der Ausgabe neulich gerade erklärt, die du noch nicht gehört haben kannst, weil es ist jetzt hier so ein Zeitding, die Ausgabe, deine Ausgabe nehmen wir gerade auf, während, ach, das jetzt zu erzählen wäre zu kompliziert, aber in der Ausgabe von neulich, du musst jetzt einfach nicken und ja sagen, hat er ja gerade erzählt, dass es bei ihm sehr, sehr wichtig war, zum Beispiel bei Seehofer irgendwie fünfmal zu sagen, nein, sie bleiben noch stehen, nein, ich brauche noch und so weiter und er bekam am Ende dieses eine geile Bild, wo Seehofer die Hände in die Kamera streckt und dann sagt, so, jetzt haben wir es aber auch. Ja, danke, genau, das ist das Foto. Das stimmt, manchmal muss man, und das fällt einem natürlich besonders leicht, wenn man Leute, die man nicht mag, fotografieren soll oder möchte, weil es ja doch einfacher ist, ein unvorteilhaftes Foto von jemandem zu bekommen, als eins, wie derjenige sich sehen will. Das ist gar nicht unvorteilhaft geworden, das ist eher so Action-mäßig geworden. Ja gut, aber freigegeben hat er es auch nicht. Ja, geben bei dir die Politiker und Promis Bilder frei, wenn sie es nicht gerade auf der Kamera direkt löschen. Aber wenn er sich es hätte aussuchen können, dann hätte er gesagt, na, das lassen wir mal. Wahrscheinlich. Nehmen Sie doch lieber mal das, wo ich so ein bisschen von unten fotografiert bin und so groß. Aber damit hast du jetzt ein Thema aufgemacht, was ich ganz vergessen hatte. Hast du? Freigaben von A-Promis. Wie läuft das heutzutage? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich versuche mich da mal. Faltes Thema aufgemacht. Nee, das nimmt teilweise viel Zeit in Anspruch, beziehungsweise früher mehr als heute, weil ich mich dem versuche weniger auszusetzen. Ich gebe die Fotos dem Kunden und bitte den dann, sich darum zu kümmern. Der Kunde ist das Magazin. Das ist das Magazin. Die finden es aber natürlich gut, wenn man direkt vor Ort eine Freigabe macht, die aber relativ schwer fällt, weil einfach keine Zeit da ist. Weil man mehr Zeit zum Freigeben braucht, als zum Fotografieren. Und ich mag es auch nicht, wenn ein Schauspieler an meinen Bildern sitzt und sagt, oh nee, oh guck mal, nee, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Wenn man dann so abgeurteilt wird für die letzten, also ich will einfach nicht bei sein, wenn die Urteile gefällt werden über meine Bilder. Das sollen die dann unter sich machen. Das ist gar nicht so das Problem für dich, dass du das Gefühl hast, die nehmen dir dann die letzten Bilder weg, sondern du magst einfach nicht von, ich mach es mir jetzt mal einfach, ich sage jetzt mal Brad Pitt, weiß nicht, ob du den schon vor der Kamera hattest, du willst aber nicht, dass Brad Pitt dann sagt, nee, das finde ich nicht gut. Das ist eher so ein... Bei Brad Pitt wäre es wahrscheinlich nochmal was anderes. Deshalb war es auch bei Pamela Anderson was anderes. Wenn die sich damit gut fühlt, dann soll sie das machen. Und es ist tatsächlich so, dass bei den Amerikanern, die wollen gar nichts freigeben. Das interessiert die gar nicht. Das sind dann tatsächlich eher die Newcomer oder die Clipers, kleineren, aber es ist ja wie überall im Leben. Die Leute, die es geschafft haben, denen ist das im besten Fall total egal. Und die Leute, die noch nicht so weit sind, die machen dann einen riesen Affen aus Fotofreigaben. Was glaubst du, woran das liegt? Das ist einfach Unsicherheit. Und wahrscheinlich aber auch, dass es heute einen anderen Anspruch gibt an Außenwirkung, dass man einfach tatsächlich auch ein bisschen mehr aufpassen muss. Ich habe auch generell kein Problem mit Fotofreigabe. Wenn ich jemanden fotografiere, mit dem ich befreundet bin, dann ist mir auch wichtig, dass derjenige zufrieden ist. Und ich gehe da jetzt auch nicht so maximal künstlerisch ran, dass ich sage, aber das Foto, das strahlt jetzt das und das aus. Das ist mir ganz dolle wichtig. Mir geht es ja dann, also wie bei allen Fotografen würde ich behaupten, geht es ja immer um die Oberfläche. Und mir gefällt selten ein Foto, auf dem sich derjenige total scheiße findet, am besten. Du machst jetzt nicht den riesen Künstler, Max, irgendwie. Und sagst du, ich brauche jetzt das tiefe Foto derjenige. Es gibt keine Tiefe. Entweder kann man Tiefe spielen oder du hast tatsächlich einen schönen Moment, wobei du das dann, glaube ich, eher in der Reportage vielleicht kriegst, als wenn jemand vor einer Wand steht mit einem Licht drauf. Ich glaube ja auch nicht dran. Ich habe neulich gerade irgendeinen Vortrag gehalten, habe auch gesagt, diese Idee innerhalb von zwei, drei, fünf Minuten irgendwie das echte, tiefe Wesen eines Menschen, die Seele eines Menschen einzufangen. Die Seele abbilden. Völliger Schwachsinn, oder? Total bescheuert. Aber da sind wir auch schon wieder bei Altigkeiten von Fotografen, glaube ich. Ich glaube, viele nehmen es sich einfach zu ernst. Du nicht. Doch, bestimmt auch. Aber ich streite mich jetzt nicht um Fotos. Da kommen wir zu einem guten Punkt. Warum bist du dann Fotograf geworden überhaupt? Also, wenn ich das so reflektiere, was ich schon gemacht habe, dann ist es wahrscheinlich so ein Stück weit so ein Sammelding. Ja, ich sammle einfach gerne. Ich mochte Fotos schon immer gerne als Teenager, habe mir Magazine gefressen und wollte auch immer so Fotos machen und dachte, Mann, wie geht denn das? Schön will ich auch machen. Und dann habe ich mir irgendwann eine Lampe gekauft und dachte, ja, jetzt kann ich das auch so machen. Aber war nichts gewesen. Sah immer scheiße aus. Bis ich mich dann irgendwann mit dem Licht beschäftigt habe und wie was kommt. Es hat sehr, sehr lange gedauert und habe ich auch eigentlich erst richtig verstanden, als das Bild digital wurde. Weil du dann in der Lage warst, der zeitliche Abstand zwischen Auslösung und Ergebnis so gering wurde, dass du in der Lage warst, zu lernen dadurch, oder? Genau so, ja. Wobei ich da auch sehr, sehr jung war. Das war so die 2000er Jahre, als es dann, da warst du aber ganz am Anfang auch noch analog. 81, dann warst du 19. Genau, ich habe analog angefangen zu fotografieren für Tageszeitungen und das hatte aber mit Fotografie nichts zu tun. Da ging es tatsächlich nur darum, irgendwelche Momente festzuhalten. und ich wusste auch nicht, was eine Blende und Verschlusszeit ist. Das hat so lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Jetzt muss man das vielleicht erklären. Du warst, habe ich das jetzt richtig recherchiert, du warst Reporter beim Kölner Express? Schreibender Reporter? Nee, ich war erst mal Hotelfachmann. Ich bin gelernter Hotelfachmann. Habe eine dreijährige Ausbildung dazu gemacht und kann immer noch hervorragend kellnern. Hatte da aber keine Lust mehr drauf und habe dann angefangen, als Fotoreporter zu arbeiten. Also alles, von Polizeidienst bis Paparazzi. Ja, alles, was man fotografieren kann für Tageszeitungen, um Geld zu verdienen. Das ist jetzt nicht die große Kreativschiene, ne? Nee. Nee, aber die hat immer hinten noch irgendwo geschlummert und dann ging das los mit den ersten Aufträgen zu Interviews, wo man dann, wo ich dann versuchen konnte, die Porträts zu machen, die ich aus den Zeitschriften so mochte. Das hast du dann damals so beim Kölner Express oder was? Ja. Hast du das so reingeschmuggelt oder also, die haben dich hingeschickt für, ich denke es mir jetzt wieder aus, hey, wir haben ein Interview mit Pamela Anderson. Genau. Und du hast gesagt, dann nehme ich nochmal drei Lampen mehr mit, versuche ich ein geiles Porträt auch zu holen. Genau. Genau. Und das war immer mein Anspruch, mit was, mit einem schönen Porträt nach Hause zu kommen. Haben deine Kunden das überhaupt gewollt? Ja, schon. Also das war dann da noch was anderes. Heute gibt es ja von allen Fotos, die dann schon zur Verfügung stehen und dann braucht es gar kein eigenes Porträt mehr. Aber damals war das noch so, dass man sich tatsächlich zu einem richtigen Fototermin getroffen hat. In Tageszeitungsgröße halt. Das gibt es ja heute auch nicht mehr, ne? Also heute, wenn irgendwie Tageszeitungen, da wird immer das Pressebild abgedruckt oder das Archivbild oder irgendwas. Genau. Gucken wir mal im DPA-Pool, was wir da haben. Genau. Aber du schielst gerade schon auf meine Aufzeichnung. Nee, habe ich gar nicht. Ich dachte, weil dich hat damals beeinflusst, ich habe mir fett angestrichen, Vanity Fair und solche Magazine, oder? Genau, Vanity Fair fand ich toll und Park Avenue und wie hieß es denn? Max? Meinst du die deutschen Versionen davon? Ja, ja. Weil es gab nämlich mal, das ist nämlich, hat auch mich sehr, wir sind ja fast gleich alt. Ja. Ach komm, du bist doch viel älter als ich. Es gab diese Zeit damals, wo diese amerikanische Art der Fotografie nach Deutschland rüber geschwappt ist. Ja. Und da gab es auf einmal, ich weiß nicht, Gefühl für mich nur zwei Jahre, wahrscheinlich war es länger. Ja. Da gab es so Vanity Fair und Park Avenue auf einmal. Und das hat mich geprägt. Was für Fotografen waren das nochmal? Naja, also ich habe mich in einen notiert. Ich glaube, vielleicht stimmt es gar nicht. Ich werde Ihnen das demnächst mal fragen bestimmt. Benno Crehan hat, glaube ich, in Berlin ganz groß abgeräumt, damals so. Ja, die Sachen mag ich auch. Und hat diese ganzen hoch inszenierten, ja, toll ausgeleuchteten, perfekten Bilder gemacht. Ja, fast ein bisschen zu schön, aber das in der Richtung, ja. Hm. Da wolltest du hin. Und hast dann gesagt so, mache ich einfach, oder? Genau. Mache ich einfach und gucke, dass ich mehr Kunden in der Richtung bekomme, die mich an solche Sachen ranführen können. Und wie hast du das gelernt? Soll ich ganz viel assistieren? Ich habe tatsächlich nie assistiert. Ich habe einfach, ich habe immer gemacht und habe halt einfach, ich habe einfach selber rumgebastelt mit Licht und deshalb hat es bei mir auch so lange gedauert. Deshalb hat es jetzt 20 Jahre gedauert, um endlich zu wissen, wie ich das Licht hinstellen muss, damit das so aussieht. Assistiert habe ich nie und ich glaube, ich finde das auch ganz gut, weil man aus einem viel größeren Pool schöpfen kann, als wenn man sich die Bildsprache von einem anderen Fotografen aneignet und sieht man ja ab und zu mal, die fotografieren dann genauso wie der Fotograf, bei dem sie assistiert haben. Das gefällt mir jetzt kein einziges Beispiel ein. Nee, mir auch nicht. Nee, ne? Es ist wirklich manchmal krass, wenn Assistenten, wenn Assistenten bei einem Fotografen assistiert haben, dann sind sie da vielleicht erster Assistent für drei, vier Jahre gewesen, dann gehen sie raus und... Und du kannst halt nichts anderes, weil du das immer gesehen hast und das macht man halt so und ich bin auch nie, also wahrscheinlich hätte ich assistiert, wenn es mir jemand angeboten hätte, aber ich bin überhaupt nicht darauf gekommen, weil ich als Teenager Geld verdienen wollte mit meinem, mit etwas anderem außer Kellnern und habe dann einfach gearbeitet. Ich habe einfach sehr, sehr viel gearbeitet. Lange parallel, dann, ja, in der Woche gekellnert und am Wochenende als Reporter unterwegs und dann am Wochenende mehr verdient als in der Woche mit dem Kellnern und dachte ich so, hm, dann könntest du jetzt auch mal in der Woche noch fotografieren. Ja, logisch, du bist mich verdutzt, vor dir sitzen, ja klar, logisch. Dann habe ich die Ausbildung zu Ende gemacht und dann fotografiert. Ja. Wer waren da so damals deine Vorbilder? Wen hast du dir angeguckt und gedacht, da will ich da mal sehen? Du hast jetzt schon gefragt, ja, wer hat denn damals die Park Avenue Bilder gemacht? Außer Benno Crian ist uns jetzt beiden keiner eingefallen. Gut, da gibt es die, die Obvious, wie sagt man, die ganz offensichtlichen Beispiele aus den USA, aber wer waren so deine, waren oder sind vielleicht bis heute deine Vorbilder? Ich habe mir tatsächlich nicht die Namen gemerkt, weil es mir tatsächlich so sehr um die Bilder ging, dass mir die Namen irgendwie, also ich habe die Fotos ja in den Magazinen gehabt. Es gab noch kein Internet, das klingt so, als wäre ich... Es gab schon Internet, glaube ich, aber es war lange, aber wir haben es nicht genutzt. Ja, ja, genau. Und deshalb waren mir die Fotografen wahrscheinlich egal, was heute nicht mehr so ist, aber ich habe einfach die Magazine gekauft. Du hast diesen Stil inhaliert quasi, ohne zu wissen, wer das da eigentlich macht. Also du wusstest nicht, wer es... Ich habe es gelesen, aber ich habe es jetzt tatsächlich wieder vergessen. Das hat aber nichts mit den Fotografen zu tun, als vielmehr mit meinem Langzeitgedächtnis. Hm. Wie würdest du heute deinen... Also du hast ja ganz viel aufgesaugt und hast deinen eigenen Stil entwickelt. Wie würdest du den heute jemandem beschreiben, der dich nicht kennt? Also für die Leute, die jetzt... nach... Ich gucke gerade mal... Nach 40 Minuten dieses Gesprächs immer noch nicht deine Webseite oder dein Instagram aufgemacht haben und gar nicht wissen, wer erzählt da eigentlich die ganze Zeit, was... Wie sieht ein Kochfoto aus? Wie ist dein Stil? Hm. Ich glaube, ich bin immer sehr nah dran. Manchmal ein bisschen zu nah. Ich muss manchmal ein bisschen mehr Reportage fotografieren, denke ich. Aber nah und letztens habe ich irgendwo gelesen frech und das gefällt mir ganz gut. Damit kann ich gut leben. Hm. Du hast in einem anderen Interview mal gesagt, du versuchst so Witz reinzukriegen in deine Bilder. Ja, genau. Klappt das in den zwei Minuten mit Brad Pitt? Ich bleibe jetzt einfach bei Brad Pitt. Hast du den überhaupt jemals einmal vor der Kamera? Gut, dann ist es doch ein gutes Beispiel. Dann können wir einfach mit Brad Pitt hier... Können wir nichts falsch machen. Wie schafft man es in zwei Minuten einen Witz in ein Foto zu kriegen? Oder frech hast du gerade gesehen? Da kann man ganz gut Brian Cranston als Beispiel nehmen. Den kennst du aus Breaking Bad, wenn du es gesehen hast. Wenn du es noch nicht gesehen hast... Ich habe es vorhin auch erklärt, wer das ist, weil kein Mensch kennt diesen Namen. Walter White. Ja, ja, genau. Ja, klar. Ja, aber wenn man den Schauspielernamen sagt, würde das sagen alle, wer? Aber der Typ aus Breaking Bad, ja. Ja, ich war mit meinen Eltern im Urlaub in Las Vegas und dann hatte ich einen Agenturauftrag. Ja, Brian Cranston kannst du fotografieren in Los Angeles. Ich so, supergeil. Mietwagen geschnappt, hingefahren. Ganz viel Equipment gemietet, weil ich wirklich zehn Minuten Fototerminzeit hatte, was wirklich was Besonderes ist. Und da dachte ich, es muss ganz groß werden. Ich hole jetzt ein bisschen aus, weil die Geschichte darum ganz lustig ist. War sie in der Sekunde damals nicht. Ich auf jeden Fall großer Breaking Bad Fan und mir ganz viel Equipment in Los Angeles ausgeleiht und wusste aber nicht, dass die Rentfirmen da den vollen Wert des Equipments auf die Kreditkarte buchen. Was damit endete, dass ich nur eine ganz alte Kamera leihen konnte und ein Aufheller. Hat aber tatsächlich gereicht. Und das war so ein Beispiel für mich nochmal zu sehen. Das kommt wirklich nicht darauf an, was du für Technik mitbringst, sondern wie du mit den Leuten umgehst, um ein tolles Foto zu machen. Und du kannst ein tolles Foto, du kannst mit dem iPhone ohne Licht, ohne viel Licht, ein besseres Foto machen als mit 5000 Euro Ausrüstung. Und kein Konzept. Auf jeden Fall zurück zu Walter White. Sorry, dass ich dich jetzt hier die ganze Zeit so labern lasse, aber ich fülle hier nebenbei unsere Drinks auf. Dankeschön. Wir haben es noch gar nicht erwähnt. Wir sitzen jetzt hier wieder im Park, lassen uns den Abend... Oh, hast du da was reingemischt? Ich habe da was reingemischt, genau. Wir sind hier so die Säufer im Park geworden. Das sind immer die Abschweifer beim Podcast, wo ich denke, oh Leute, labert nicht. Bleibt bitte beim Thema. Okay, Brian Cranston. Zehn Minuten in einem Hotel in Beverly Hills. Ich mit meiner alten Canon irgendwas, die ich dann noch bekommen konnte für meinen Kreditkartenlimit. Und habe mir aber natürlich vorher irgendwie ohne Ende Interviews angeguckt und mir überlegt, mit was man in der ersten Sekunde irgendwie kriegen könnte. Dass man... Ja, dass der irgendwie bei einem ist. Weil viele stellen sich einfach so tot vor so ein Foto und dann denken sie, lass es vorüber gehen. Aber du musst halt wirklich einfach connecten. Weil sonst ist da so eine Wand zwischen. Auf jeden Fall nochmal zurück zu Brian Cranston. Ich hatte mir in irgendeinem Interview aus... wurde er gekürzt zum Sexiest Man at His Age. Das fand ich ganz witzig. Und er kam dann ans Set und war auch ganz nett. Lassen wir den Helikopter kurz zu Ende fliegen hier über uns? Das hätte er doch auch rausschneiden können, würde ich dann denken. Das kann er ja immer noch rausschneiden. Macht er aber bestimmt nicht. Macht er vielleicht auch nicht. Aber es muss authentisch bleiben. Und Brian Cranston kommt. Ich hatte mich vorher aufgebaut im Garten von dem Hotel und hatte ein ganz tolles Licht. Die Sonne ging unter, Palmen und... Und da verzögert sich allerdings der Termin. Und der schöne Sonnenplatz, den ich mir ausgesucht hatte, war auf einmal im Schatten. Und das ganze Foto war nicht mehr so spannend. Das sieht man tatsächlich auch, dass es ein bisschen düster ist. Aber ich habe dann irgendwie einfach eben am Anfang des Shootings so einen Spruch gedrückt, dass er jetzt ja Sexiest Man at His Age ist. Und dann passierte was in seinem Gesicht. Und das war dann für mich das Porträt. Ist das so das Prinzip Jens Koch? Ich habe das in ein, zwei Interviews von dir schon gelesen. Schocken... Oder nee, nicht schocken. Schocken ist zu dolles Wort. Aber die Leute irgendwie ganz kurz... Meine Freunde nicken gerade alle, wenn sie das hören. Doch, ja? War es richtig mit dem Schocken? Ja, schon. Du drückst einen Spruch und verwartest irgendeine Reaktion. Ja, das kann auch provokant sein. Und im besten Fall ist es nicht zu viel. Aber es muss halt genau auf der Grenze sein, dass die Person wach wird. Und in der Sekunde dich ernst nimmt. Und das hast du entwickelt, weil du wusstest, ich habe eh immer nur diese zwei Minuten. Genau. Und ich habe auch jahrelang diese Fotos gemacht, ohne dass dann diese Wand dazwischen war. Also es war dann halt einfach ein Prominenter von der Wand stehend. Was immer noch toll ist, weil es ein Prominenter ist. Aber als Fotograf versuchst du natürlich im besten Fall, dich nicht darauf auszuruhen, dass du Prominente fotografieren kannst, sondern versuchst da auch noch ein bisschen weiter zu gehen. Ich glaube leider, wir können ja noch versuchen, so viel aufzunehmen, wie wir wollen. Es wird windig, es kommt eine riesige dunkle Wand auf uns zugezogen. In spätestens zehn Minuten hat hier die Wetter-App Unwetterwarnung angekündigt. Ich glaube, Jens, wir kommen nicht drum herum, rein zu wechseln. Ja, dann machen wir das. Lassen wir das einmal die erste Hälfte gewesen sein. Trinken wir vielleicht noch ganz kurz und schalten unsere Drinks aus, gehen rein und quatschen weiter. Ja, und schaltet nächste Woche ein zum zweiten Teil. Genau. So, bis gleich. Wir sind zurückgewandert ins Picktrop-Büro. Es war schön im Park, aber es regnete. Es geht weiter. Wo sind wir denn stehen geblieben gerade? Beim Nachmittagsgespräch unter saufenden Fotografen-Kollegen. Wo waren wir denn stehen geblieben? Inhaltlich. bei Brian Cranston waren wir. Genau, du hattest diese zehn Minuten. Genau, und das, nee, warte mal. Ich habe dich gefragt, also die ursprüngliche Frage war, wie kriegst du das hin? Gehörst du zu diesen Leuten, die ihre Gegenüber schocken? Und du hast das bejaht und meinst, deine Freunde würden es sofort bestätigen. Und du hast, glaube ich, erklärt, wie du ihnen geschockt hast? Ja, schocken ist auf jeden Fall immer gut, aber in dem Fall habe ich nicht geschockt. Ich schocke hoffentlich auch selten, aber versuche rumzuwitzeln. Nein, in dem Fall habe ich ihm tatsächlich nur gesagt, wo machen wir weiter, wo wir gerade, das haben wir ja schon erzählt, wir waren ja eigentlich mit Brian Cranston schon fertig. Ich weiß es, dann weißt du es besser als ich. Wir waren schon fertig. Wir waren schon fertig mit Brian, dann weiß ich schon nicht mehr. Das passiert, wenn man nachmittags zu viel unter Kollegen. Wir waren schon fertig. Wir waren schon fertig mit Brian. Ja. Soll ich einfach mal die nächste investigative Frage anschließen? Oha. Ja. Wahrscheinlich habe ich auch vergessen, dass ich die schon gestellt habe. Was willst du denn mit deinen Fotos erreichen? Hast du ein Ziel? Das ist eine sehr gute Frage, Andrea. Danke. Da rede ich tatsächlich ganz gern mit Fotografen Kollegen drüber, ob es denen wichtig ist, was zu hinterlassen. Und ich sage dann immer, die Sonne wird irgendwann explodieren und nichts wird übrig bleiben. Deshalb, ich möchte nichts hinterlassen, ich will einfach nur Spaß haben und habe glücklicherweise Spaß daran, Fotos zu sammeln. Das heißt, du gehörst zu dieser Sorte scheißegal Fotografen, die ich jetzt gar nicht abwertend damit meine, sondern so, ja, ich habe eine nette Zeit, ich verdiene gut Geld, ich habe Spaß dabei und 40 Jahre sind wie eine Asche oder irgendwie so. Genau. Wenn ich tot bin, ist es total egal. Ich habe keine Kinder, für die ich Fotos machen muss, die dann irgendwas verwalten müssen. Es ist mir dann, es ist mir eigentlich total egal. Natürlich, wenn ich es nett, wenn ich auf dem Alexanderplatz nochmal ein Denkmal bekomme oder Ja, vielleicht woanders, es gibt schon nur Plätze in Berlin. Oder irgendwer meinen den Webpage-Host weiter bezahlt. Damit deine Bilder sichtbar bleiben. Ja, wobei, das würde mir auch nur jetzt ein gutes Gefühl geben, aber auch nur ganz kurz. Nee, es ist total, es ist wirklich total egal. Und es ist auch gut so. Das finde ich aber mal eine sehr, sehr angenehme, gesunde Einstellung, weil die meisten sagen so, ja, ich will irgendwie, also was ihr im Hintergrund hört, das ist das Gewitter, vor dem wir gerade geflüchtet sind. Die meisten sagen, ich will irgendwie die Welt verbessern. Klar, Reportagefotografen, ich will die damit auch nicht hinten anstellen. Die sagen das zu Recht, die versuchen wirklich die Welt zu verbessern und viele tun es auch, aber in Porträtfotos wird oft so viel rein interpretiert und so viel aufgemacht, wo man echt denkt, ja komm, am Ende. Brauchst du gar nichts. Es ist einfach nur schön für den Moment und es vermittelt auch bestimmt eine schöne Emotion, wenn man es an der Wand hängen hat und das mache ich auch, aber aber am Ende bleibt einfach nichts. Vielleicht hat das auch mit meiner atheistischen Erziehung zu tun. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Es bleibt nichts. Es wird alles weg sein. Alles. Andreas Pickdrop wird irgendwann weg sein. Aber das ist vielleicht auch zu negativ, weil bis dahin ist noch sehr viel Zeit im besten Fall. Okay, ich frage es nochmal anders. Was motiviert dich denn, das ist auch relativ einfach zu beantworten, wenn du aus dem Haus gehst morgens und weißt, du hast einen Lady Gaga Termin, was motiviert dich? Natürlich freue ich mich, Applaus zu bekommen für eine gute Arbeit, die ich mache. Jeder mag Applaus bekommen und gesagt bekommen, dass er Leute glücklich macht oder dass Leute gerne Bilder von einem angucken. Das ist es dann schon, klar. Ja, und natürlich ein bisschen Geld verdienen und einfach glücklich und dankbar sein, dass man das machen kann, was einfach ist und Spaß macht. Im Gegensatz zu anderen Jobs, die bestimmt nicht so einfach sind und weniger Spaß machen. Kann ich voll unterschreiben. Und gibt es da eine besondere Motivation, warum du ausgerechnet auf Promis gehst? Ich meine, du könntest jetzt auch weiß ich nicht, Mitarbeiterportraits von Firmen fotografieren, Hochzeitsfotos. Gott, mir fällt gerade nicht mehr ein. Es gibt zehn verschiedene Bereiche in der Fotografie und du gehst voll auf Promis. Das habe ich mich auch mal gefragt. Ich bin aber zu keinem schlauen Fazit gekommen. Also du hast ja vorhin das Sammeln schon erwähnt. Es ist dieses Sammeln natürlich und weil ich natürlich ein Freund von Musik und Schauspiel bin und es einfach interessant ist, mit Leuten zu arbeiten, die man sonst nicht treffen würde. Punkt. Ja. Genau. Sag ich auch immer. Und das Verrückte ist, dann fragen immer alle Leute sogar, wie ist der? Und kann man auch immer nur sagen, ja, weiß ich nicht, ja, zwei Minuten. Andreas, wie sind die denn so? Und? Wie sind die so? Ja, so wie du und ich, nur ganz anders. Nein, das lässt sich natürlich nicht, lässt sich natürlich nicht einfach beantworten. Die meisten sind ganz nette Zeitgenossen. Manche sind vielleicht ein bisschen gefangen in ihrem Bild, wie sie rüberkommen wollen, müssen. Hast du den Eindruck, dass die Stars manchmal, du bist mit denen ganz normal, gehst die zehn Meter vom Interviewtisch zu deinem aufgebauten Set und die sind ganz normal und dann vor der Kamera verwandeln sie sich in diese Person, wo du denkst, ah, jetzt muss, wir bleiben bei Brad Pitt, weil es der fiktive Charakter quasi in deiner Arbeitszettlist ist. Nee, lass uns mal zu jemanden anders gehen, mir fällt nämlich jemand ein. Woher das bei mir wahrscheinlich auch ein bisschen kommt, ich bin ja aufgewachsen mit David Hasselhoff. Ich komme ja aus dem Osten. Ich auch. Und, ach so, du auch. Nicht, dass das relevant wäre, ich weiß gar nicht, warum ich es gerade erwähnt habe. Das ist total relevant, weil das ist einfach was anderes. David Hasselhoff. Mit dem bin ich aufgewachsen und habe Baywatch gesehen und Knight Rider als Siebenjähriger und fand das ganz toll. und dann ergab es natürlich irgendwann auch den mal zu fotografieren. Das erste Mal vor, glaube ich, auch vor 20 Jahren, vor 15 Jahren und dann immer mal wieder und der ist tatsächlich einer, der der ist die ganze Zeit im Entertainment-Modus. Also der spielt die ganze Zeit spielt der David Hasselhoff. Sich selbst. Ja, und das also ich mag den sehr und man kennt ja auch seine Geschichte und daran ist das wahrscheinlich auch begründet, aber der ist halt so ein ganz amerikanischer Amerikaner. Der zieht sein Ding durch und ich habe den jetzt schon ein paar Mal fotografiert, aber ich habe den noch nie echt fotografiert, aber da sind wir da, wo wir vor uns waren. Was ist echt? Das ist ja sowieso nichts echt, aber der verliert nie die Kontrolle bei einem bei einem Foto. Und davor oder danach? Danach auch nicht, das geht genauso weiter. Vielleicht ist er diese Person geworden inzwischen. Das glaube ich auch, der ist diese Person geworden und ja, das war dann David Hasselhoff. Da kann man auch gar nicht versuchen, irgendwie das tiefe Porträt zu machen, wir hatten es ja vorhin schon. Nee, manchmal will man die Leute dann so packen und einmal so rütteln und so denken, so jetzt lass mal, aber manche ziehen dann einfach durch und ich mag ihn sehr. Ich habe da ja so meine Theorie, dass man in so Jobs, ich muss jetzt auch regelmäßig vor Kameras und Mikro stehen und so weiter und ich habe was festgestellt über die letzten sieben Jahre Pickdrop, wo ich so ein bisschen auch zur Vermarktung dieser tollen Tools, was du und ich ja auch beide nutzen, Werbung eigentlich schmuggelt jetzt, ja. Je öfter ich vor Kameras stehe, desto öfter wird mein, das Bild, was ich selber präsentiere, wird geschliffen und ich weiß, wie langsam, wie ich rüberkomme, ich weiß, wie ich sprechen muss, es ist mir immer noch peinlich, hinterher mir anzugucken, aber so grob langsam und mir ist was aufgefallen, ich werde immer mehr auch davor oder danach in der Stunde vor einem Event oder so zu der Person, die ich vor der Kamera performt habe oder vor einem Mikro. Jetzt ist meine Theorie, so Promis, die das beruflich machen und dann auch noch vor und nach dem Dreh irgendwie monatelang Promos machen müssen, ich glaube langsam, so eine Madonna, die als Riesendiva beschrieben wird, die wird zu der, hast du das auch festgestellt? Steile These jetzt mal so in den Raum geschmissen und lass dich mal. Bestimmt bei einigen, die schützen sich ja auch dadurch, ne? Die wollen nicht, dass man sie beim Müll rausbringen fotografiert und halten dann das Ding so hoch, dass sie halt machen. Aber das klingt ja noch nach Absicht. Meine These ist, die sind einfach wirklich, irgendwann werden, wird man diese Personen. Dass die zu Hause dann beim Müll rausbringen auch so sind. Ja, das kann schon sein. Oder gegenüber dem Partner, den Kindern, wie auch immer, dass man einfach, dass so eine Rolle, die man spielt, auch einfach wirklich einen langfristigen Charakter nicht verändert. Aber das ist jetzt, ich versuche jetzt hier aus dem Psychotherapeuten zu machen, am Ende hast du ja auch nur zwei Minuten mit denen. Ja. Ist wahrscheinlich eine Quatschfrage. Oder? Nächste Frage. Ich denke noch mal drauf rum. Jetzt haben wir die ganze Zeit erzählt, dass du da von A bis Z irgendwie tausend Promis vor der Kamera hast. Für wen fotografierst du denn all diese Leute? Für wen fotografieren wir das? Für Gott und die Welt. Magazine, Zeitschriften. Du hast jetzt fast schon angefangen, so eine philosophische Frage draus zu machen. Ich wollte jetzt einfach zu deiner Kundensliste einfach. Für die Ewigkeit, Andreas. Nein, es sind tatsächlich Tageszeitungen, Nachrichtenmagazine, fällt mir ein, Fokus, oder mal eine Gala, oder eine gute Frage. Es sind so viele. Alle. Werden so deine Top 3 Kunden? Da müsste ich mal in die Statistik gucken. Die Top 3. Also worauf ich hinaus will, wenn man an die großen Promis heute ran will. Also ich arbeite für Zeit und Spiegel. Ich habe deswegen viele Politiker vor der Kamera. Wenn man jetzt von David Hasselhoff bis Brad Pitt, ich mache es immer wieder, vor die Kamera kriegen will, dann bringt es ja nichts, wenn man für den Leipziger Tagesanzeiger oder irgendwie sowas fotografiert. Wo muss man hin? Für die, die jetzt zuhören. Wenn man die Leute vor die Kamera kriegen will, die du hast. Das sind dann tatsächlich Tageszeitungen wie Bild oder ein Magazin wie Fokus, die dann Interviewtermine mit denen haben und auf denen ich mich dann austoben kann. Das ist schon so ein Langzeitkunde von dir, eine Bild, Fokus, von Kölner Express bist du inzwischen weg wahrscheinlich. Genau, die sind ein bisschen weit weg. Ich habe dich vor der Frage vorhin schon vor dem Gespräch gewarnt. Du grinst schon. Muss man heutzutage, wenn man diese ganz, ganz, ganz großen A-Level-Leute vor die Kamera kriegen will. Es kamen ja kaum noch Magazine, das Budget, um sowas zu finanzieren, um deine tausende Euro Produktion, tausende Euro teuren Produktionen zu finanzieren. Tausende Euro? Ja, darauf wollte ich ja hinaus, dass du jetzt mich entsetzt anguckst. Ach so. Nein, aber das sind schon so ein, es sind nur noch eine Handvoll Verlage und Magazine, die sich das überhaupt leisten können oder an diese Leute rankommen, oder? Also wenn man jetzt David Hasselhoff regelmäßig vor die Kamera kriegen will, dann muss man wahrscheinlich schon Genau, dann musst du ein relevantes Medium sein, wie zum Beispiel die von uns beiden hochgeschätzte Bild. Hm. Hm. Die kommen dann schon öfter an so Leute ran, wie Genau, die haben dann einfach Interview Slots und Fototerminen mit noch ein paar anderen Medien an so einem Pressetag und ja, ich bin damals über die Tageszeitungen zu den Tageszeitungen gerutscht und ja. Und das funktioniert, das heißt Park Avenue und Vanity Fair waren das Ziel, aber du hast sozusagen die gleichen Kunden, die gleichen Personen vor die Kamera gekriegt über ganz andere Magazine am Ende. Genau. Finde ich ja hochspannend. Ja. Also ich wollte halt die Magazine, von denen wir gesprochen haben, die gibt's ja gar nicht mehr. Und es gibt sowieso überhaupt keine Magazine mehr in Deutschland, die Fotoproduktion mit Prominenten machen, beziehungsweise ganz wenige und das ist dann wirklich eine Ausnahme. Ja, was haben wir denn in der Gala, bunte Ich habe letzte Woche zwei Schauspieler für die Freundin fotografiert, das war ganz schön. Aber das kommt auch tatsächlich, glaube ich, nur ganz selten vor. Aber diese tausende Euro großen Produktionen, die ich jetzt eben so kätzerisch in den Raum gestellt habe, die gibt's auch bei dir nicht mehr. Die hat vielleicht noch, wir fragen ihn das bestimmt mal bald, ich hoffe, Berno Krihan damals für die Park Avenue noch miterlebt, aber du auch nicht mehr, oder? Nee, nicht für Printmedien, das ist dann eher Werbung tatsächlich, ja. Wie wichtig ist das denn heute, wenn du mit Magazinen wie eben bunte, was auch immer arbeitest, dass du da derjenige bist, der diese tollen Fotos macht, oder wie wichtig ist es auch eigentlich, sich in diesem Gemisch an Menschen zu bewegen, also wie formuliere ich's, wie wichtig ist denn die Kontakte innerhalb dieser Redaktion, innerhalb der Redakteure und wie wichtig ist dein wirkliches Portfolio? Die Kontakte sind natürlich sehr wichtig, dass die Leute wissen, dass du erreichbar bist und dass du da bist und aber über die Jahre wissen die Leute auch einfach, was du machst und haben dich auf dem Zettel. Aber ist natürlich immer wieder wichtig und das weißt du auch, da zu sein und anzurufen, hinzugehen, ja, einfach da zu sein, sich auf den Zettel der Leute zu rufen. Das muss gar nicht der Mappenbesuch einmal im Jahr sein, sondern auch zu Events gehen. Also was ich fragen wollte, ich kann die Frage auch anders, ganz kurz stellen, wie wichtig ist es, wenn man an die Promis kommen will, abends mit den richtigen Menschen einsaufen zu gehen in Berlin irgendwo und mit den Redakteuren meine ich jetzt gar nicht so sehr mit der Bild-Redaktion, damit die daran denken, hey, ich hab den Pamela Anderson Termin, ich will den Jens Koch dabei haben. Nee, das ist, das ist, also das ist bei mir tatsächlich nicht der Fall, ich überlege gerade, ob das früher anders war, aber dadurch, dass ich so in diesem Tageszeitungsgeschäft war, war ich immer da, ich musste mich nie irgendwie groß anbiedern, ich war halt immer immer da und hab dann einfach gesagt, hey Leute, ich würde gerne das und das machen, ja dann mach doch, so, aber es erfordert jetzt nicht so viel sozial Kontakt, dass man jetzt immer saufen gehen muss. Was meinst du mit da, wenn ich jetzt für die Zeit fotografiere, rufen die irgendwie ein, zwei Mal im Monat an, wenn man für eine Tageszeitung fotografiert, ist man da so fast täglich für die unterwegs oder? Nee, also damals im Kölner Express war das so, dass ich, dass man da gewartet hat, also man, das war so ein bisschen wie auf dem Arbeitsamt, da sind dann morgens fünf Fotografen reingekommen und dann kamen dann die Termine und jeder hat seinen Zettel bekommen. Warst du da fest angestellt oder? Nee, ich war da immer freiberuflich unterwegs. Es war eine ganz witzige Zeit. Manchmal gab es ganz viele Zettel, manchmal gab es gar keine Zettel. Und heute? Und heute, nach 20 Jahren, bist du da im Telefonbuch und wirst angerufen, weil die Leute wissen, was sie kriegen. Darauf wollte ich gerade hinaus, weil mein Eindruck ist, Bildredaktionen in Deutschland wollen einen sehr oft in irgendeine Schublade stecken. Und die wissen dann so, ah, das ist der Politikfotograf, jetzt in diese Schublade werde ich gerade gesteckt, was völliger Quatsch ist. Und bei dir ist das sozusagen so, die Redaktionen haben sich abgespeichert, wenn sie einen Promi haben, rufen sie Jens an. Genau, deshalb sind es bei mir so viele Promis und das ist ja auch, ich finde es super, also ich fühle mich ganz wohl in der Schublade, weil die Schublade relativ groß ist, glaube ich. Aber da geht es gar nicht darum, der macht das und das Licht oder der kann mit den und den Situationen umgehen oder? Na doch, ich bin bei vielen schon, glaube ich, so auf dem Zettel für so Härtefälle oder ja, für Härtefälle, also wenig Zeit oder ja, sowas. Ja, wenig Zeit, ah ja, das macht der Jens. Hatte ich auch mal den Ruf weg, schwieriger Fall, hundertstes Startup in Berlin, rufen wir den Kudowski an, da wird sich schon was einfallen lassen. Das ist natürlich auch scheiße. Ja, wenn es dann zu viele komische Termine wird, dann muss man mal sagen, das war nix und das ist so und da kann man sich dann aber schon ein bisschen positionieren, glaube ich. Und ja, ich habe auch keine Lust mehr auf nervige Jobs. Magst du das genauer definieren, was ist ein nerviger Job? Ne. Okay, ich frage noch mal anders, was brauchst du denn, du bist jetzt für diese schwierigen Jobs angerufen, hast du es, glaube ich, eben formuliert oder ähnlich, also für diese kurzen zwei Minuten, fünf Minuten Termine. Was musst du genau können? Ich versuche ja in diesem Podcast immer, dass die Leute hinterher was mitnehmen können und sagen, ah ja, das mache ich jetzt auch mal. Was muss man dann können, um diese Jobs sauber umzusetzen? Also was ist das genaue Können als Nomen Substantiv, was du beherrschen musst? Ein kurzer Zeit, ein gutes Foto machen. Wie geht das? Mit ganz wenig Zeit, ein gutes Foto machen. Ich glaube, wir hatten vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, dass du einfach vorbereitet sein musst. Du musst dich im besten Fall zwei Tage vorbereiten, um zu wissen, was du in in der einen Minute, wenn wir jetzt mal vom extremsten Beispiel sprechen, was bei mir jetzt auch nicht mehr so oft vorkommt, weil ich jetzt mir doch ein bisschen Sachen mache, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe. Aber Vorbereitung ist das Allerwichtigste. Wie sieht die bei dir aus? Du beschäftigst dich mit der Person, die du fotografierst und mit dir was hast, über was du mit dir reden kannst, weil es nichts Schlimmeres gibt als Kommunikationspausen in einem kurzen Fototermin. also du musst die ganze Zeit die Person am Laufen halten. Die darf keine Sekunde in sich versacken und so abschließen mit dem Termin. Die muss dann am besten fünf oder zehn Minuten beschäftigt sein, damit die bei dir bleibt. Und das schaffst du, indem du zwei Tage lang vorher dir... Indem ich weiß, indem ich im besten Fall die Person bewundere und mir dann sowieso tausend Sachen einfallen, die ich mit der Person bereden würde. Ja, oder ich bringe mir halt Informationen drauf und es entwickelt sich ein Gespräch. Und das machst du ja wahrscheinlich genauso wie ich. Wikipedia, YouTube, Interviews lesen. Ja. So wie ich mich jetzt auf dich hier auch vorbereitet habe. Ja, genau. Quasi. Und dann vor Ort, was musst du dann vor Ort können? Was ist das große Kriterium, was jetzt die Redaktion dazu bringt, den Jens anzurufen und nicht XYZ? Was ist relevant, wenn du einen Interviewtermin, diesen Viertelstundentermin, schnelles Interview plus eine Minute Foto hast? Weil ich kann mir vorstellen, viele, viele wollen das. Viele, die jetzt hier zuhören, wollen auch gerne mal irgendwie George Clooney vor die Kamera kriegen und verstehen aber gar nicht, wie undankbar es teilweise sein kann, diese eine Minute zu haben, ohne Zeit für Vorbereitung. Ja, George Clooney wollen wir alle mal vor die Kamera haben, aber das ist ganz, ganz schwer. Das fällt mir jetzt auch spontan kein Deutscher ein, der mal ein Foto gemacht hat von ihm. Ja, ich habe schon ein paar gesehen, aber ich wäre gar nicht auf George Clooney hinaus, sondern was ist diese eine Skill, den du dann drauf haben musst? Da gibt es ja noch mehr als Vorbereitung. Technisch also? Naja, du musst im besten Fall, je nachdem, ob du in einer hässlichen Location bist, musst du da eine Atmosphäre schaffen, die angenehm ist. Am besten nicht zu viele Leute im Raum und Musik finde ich ganz wichtig, dass Musik läuft. Die bringst du mit? Musik bringe ich mit und weiß im besten Fall auch schon, was die Person mag. und wenn du dann die Musik anmachst, die die Person mag, dann brauchst du gar nicht viel reden, dann weiß die Person, ah, okay, der versteht mich. So, dann ist alles schon, dann bist du drin, dann hast du schon das Herz gewonnen. Dann hast du den Respekt, weil du weißt, die Musik, die du gerade spielst, ist der Person wichtig. Wobei Musik auch manchmal ein intimes Ding ist. Es kommt auch schon mal vor, dass irgendeiner meinte mal, dem ich dann die Musik angemacht habe, das war ihm zu intim, er wollte nicht, dass die Musik da gespielt wird. Das war seine Privatmusik sozusagen. Das war dann zu persönlich, aber es kam tatsächlich nur einmal vor. Aber es passiert wahrscheinlich regelmäßig, dass du auf Play drückst und die Leute grinsen und wissen, okay, der hat seine Hausaufgaben gemacht. Ja, das ist so das Einfachste, was man machen kann, finde ich. Das fand ich bei Annie Liebowitz mal so witzig, die ich übrigens sehr bewundert habe damals auch in den 2000er Jahren und deren Sachen habe ich tatsächlich gefressen. Und die erzählte mal in irgendeinem Interview, dass sie es ganz schlimm findet, Musik, sie will absolute Ruhe am Set haben. Und dann guckst du dir so ein Making-of an und da läuft ganz laut Musik und sie ist die ganze Zeit am Entertainen. Und du denkst so, hä? Und die hast du gefressen im Sinne von jetzt positiv oder negativ? Ich habe sie gefressen, was sie fotografiert hat. Also du hast das positiv verschlungen. Ich habe das verschlungen, ich habe das aufgefressen. Ich wollte es nochmal so korrigieren, weil die habe ich gefressen, ist jetzt in meiner Welt so, die kann ich nicht mehr leiden. Ich wusste, dass sie sehr wohl Musik spielte und aber sagt, dass Musik irgendwie ganz unwichtig ist und dass das, ja, da dachte ich so, hm, okay. Kann man mal probieren. Ja. Wie schaffst du es, die PR-Leute, die immer, also ich glaube so Hollywoodstars haben immer mindestens eine PR-Person an ihrer Seite, oder? Ja. Ja. Wenn du dann so einen David Hasselhoff aufforderst, in die Kamera einen Kick, wie heißt das? Kick, Tritt? Ja. So einen in die Kamera zu treten. Nee, das ist bei David Hasselhoff tatsächlich entspannt. Da ist dann keiner mit, der irgendwie reinlabert, aber bei den, bei den, bei den Leuten aus Los Angeles ist dann schon was anderes. Die kriegst du dann auch nicht verscheucht. Die, die stehen da und gucken auf die Uhren und sagen, okay, also fünf Minuten mit Keanu Reeves, alles abgesegnet vorher und nach zwei Minuten heißt es aber so, danke, das war es jetzt. Und ich so, hä? Nee, wir sind doch aber erst bei zwei Minuten. Lass uns doch mal eben machen. Aber da stehen dann zehn Leute im Hintergrund und kein Mensch weiß, was sie da machen. Du hast aber auch nicht die Zeit, wenn die da ankommen, zu sagen, bitte jetzt geht mal raus, weil das bringt dann auch wieder schlechte Stimmung. Du musst dann halt durchziehen und da stehen dann zehn Leute, die einen riesen Panik machen. Und dann weißt du auch schon, okay, das wird jetzt hier nichts. Also das ist jetzt auch nicht den großen Geheimtipp, wie man diese PR-Leute beruhigt, ablenkt, wegschickt. Es ist gut, sie zu kennen und sie mit Namen zu begrüßen zum Beispiel, weil sie ja auch dankbar dafür sind, dass man sie anerkennt und respektiert in ihrer Arbeit. Aber sie bleiben trotzdem im Raum und die ganz Harten lassen sich dann davon auch nicht beeindrucken und stehen daneben und gucken böse und sagen, jetzt ist aber Schluss. Wer jetzt davon nicht völlig abgeschreckt ist, drei Tipps, wie werde ich A-Level Celebrity, wie werde ich A-Level Celebrity, das ist auch echt schwierig, wie werde ich Celebrity Fotograf? Drei Tipps, ganz einfach, lasst es sein. Nein, das ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, dass ich tatsächlich auch Glück mit meiner Zeit hatte und dass man da gar nicht, dass das heute gar nicht mehr so funktionieren würde. Ich glaube, sowas, sowas, sowas entsteht gar nicht mehr. Also ich bin mal gespannt, wie das in 15, 20 Jahren aussieht. Also ich glaube, das geht heute nur noch über, über Werbung. Aber da muss man ja auch irgendwo anfangen. Warum geht das heute nicht mehr? Weil es keine Papiermedien mehr gibt oder Medien generell, die noch Fotos brauchen. Es werden immer weniger Fotos gemacht, Filmverleihe und Plattenfirmen fotografieren ihre Künstler selber und kontrollieren die Bilder und streuen diese Bilder. Und wenn man sich zum Beispiel mal das Instagram-Profil von ArtStriber anschaut, den ich sehr schätze, ein Fotograf aus Los Angeles, der fotografiert halt für einen Film, wie jetzt diesen aktuellen Brad Pitt-Film, um wieder drauf zu kommen, fotografiert der einen halben Tag fünf Schauspieler in 27 verschiedenen Sets und diese Fotos werden dann an GQ und alle möglichen Magazine auf der Welt verteilt und das reicht auch. Die machen dann einfach keine besonderen Fotos mehr. Das heißt, die Produzenten und die Schauspieler und Co. haben verstanden, dass sie eigentlich das alles unter ihre eigene Kontrolle kriegen können, wenn sie nur Material anbieten, den Magazinen, das gut genug ist. Und auf der gleichen anderen Seite die Schraubzwingen, Schraubzwingen, heißt das so? Zwingenschraube. Die Zwingenschraube. Die, ähm, die fesseln so. Ja, sie wollen einfach alle Kontrolle haben und es ist auch nachvollziehbar im, wenn man sich Social Media anschaut, die Leute fotografieren sich selber. Also, früher standen Paparazzis vor Häusern und heute machen die Leute selber die absurdesten Fotos in ihren Häusern und stellen es der Welt zur Verfügung. Und das lässt sich auch ein Stück weit, ähm, auf die, auf die andere Fotografie übertragen. Merkst du das auch bei deinen Fotos? Also, wie gesagt, einer deiner Hauptkunden ist die Bild am Sonntag, dass da über die Zeit die Bereitschaft bei Interviews noch ein Foto mit dran zu hängen abnimmt? Also, das... Es ist tatsächlich so, dass ich lange für Bild und Bild am Sonntag das gemacht habe, aber das schon länger nicht mehr mache, weil es einfach, ähm, es wird einfach nicht mehr, wird einfach nicht mehr gebraucht. Okay, ich wollte jetzt ein bisschen was aus dir rauskitzeln. Das habe ich nicht erwartet, dass es quasi so eingebrochen ist. Ich dachte, du sagst jetzt, ja, es ist 20 Prozent weniger geworden oder so. Nee, es ist massiv, es ist massiv eingebrochen, was aber auch ein bisschen an mir liegt, weil ich mich ein bisschen anders aufstelle und ein bisschen mehr Richtung, Richtung Werbung gehe und, ähm, ja, vielleicht ein bisschen weniger Promi in Zukunft mache. Einfach auch, weil es weniger ist und man sich, und ich mich da ein bisschen umstellen darf. Aber man sieht es in deinem, auf deiner Website schon, du machst inzwischen wirklich mehr für Filmverleihe direkt, äh, Werbeagenturen. Genau, wenn du die Fotos nicht mehr machst für die Magazine und Zeitungen, dann musst du halt dahin gehen, wo die Fotos gemacht werden. Nämlich bei der Industrie, ne? Hm, wie du gerade schon festgestellt hast, ein Art Driver fotografiert dann eben einen halben Tag mit Brad Pitt. Du fotografierst wahrscheinlich ein paar Stunden mit Christian Ulm für Jerks, großartige Serie. Ja. Das Filmplakat, habe ich hängen sehen in den letzten Monaten in Berlin, ohne zu wissen, dass es von dir ist? Ich glaube, das Aktuelle, das ist gar nicht von mir. Aber das von der Vorderung. Oder das davor oder irgendwie so, auf jeden Fall, ich habe es auf deiner Website wieder gesehen und dachte dann so, ach, verdammt, das ist von ihm. Nicht schlecht. Ja, und das ist tatsächlich eins der Projekte, die, die mir am Herzen liegen und die besonders leicht fallen, weil ich die beiden Jungs einfach liebe und mega lustig finde. Und, ähm, ja, und Christian Ulm kenne ich, ähm, auch schon irgendwie seit Ewigkeiten und, ähm, teile schon immer seinen, seinen Humor, bin mit, der hat meinen Humor auch ein bisschen geprägt. Und, ähm, ja, ich finde Fremdschämenhumor finde ich einfach großartig. Hm, ne, das hat er ja perfektioniert. Absolut. Ja, und ist das relevant für so einen Auftrag, wenn jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wer es jetzt produziert hat, Jerks? Er selber, oder? Ähm, produziert hat es teilbar, aber es war, ähm, ja, er war so federführend. Das hängt ziemlich an ihm alles dran, auf jeden Fall, genau. Ähm, dass du dir jetzt als Fotograf ausgewählt wirst, liegt das daran, dass ihr euch schon fünfmal ... Genau, das liegt dann daran, dass, äh, Christian Ulm sagt, ich möchte gerne, dass Jens das fotografiert. Wie schafft man das? So einen Kontakt oder so ein Vertrauen zu ihm aufzubauen? Dass man einfach, dass man einfach connectet, dass man, dass man sich mag und, ähm, auf einer Wellenlänge ist, so wie im ganz normalen Leben. Hm, du schickst da jetzt nicht irgendwie sinnlos, äh, nochmal die Kiste Champagner nach dem Shooting rum, um irgendwie Leute zu umgarnen oder sowas, das ist den ganzen Quatsch, Läste. Ich glaube, das nervt eher. Also das muss, da connectet man eher auf anderen Ebenen. Den Champagner kauft er sich selber, glaube ich. Ja, aber es gibt ja immer die Tipps von so Besserwissern, die sagen, ja, du musst nur dies und das machen und, und, und du musst die richtigen Leute im Borchardt treffen und so. Ich persönlich glaube da nicht dran. Ja, ich befürchte, das stimmt schon, aber ich bin leider so soziophob, dass ich mich wirklich schwer tue, auf so Veranstaltungen zu gehen und es ist für mich ein Graus, auf so eine Gala zu gehen und dann so, ähm, die Branche so zu treffen. Also es bereitet mir wirklich Schmerzen und, ähm, ich mach das, ich kann das, kann das gar nicht. Es ist ganz, ganz schlimm. Es tut ganz dolle weh. Ja, schön, dass du dich heute vor das Mikro getraut hast. Ja. Danke. Gerne, sehr gerne. Ähm, harter Cut. Du ahnst vielleicht schon, was kommt, was auch weh getan hat. Ich hab vor zwei Tagen erst in der Recherche... Rammstein, genau. Nee, nee, da kommt noch ein Thema dazwischen. Ich hab erst vor zwei Tagen in der Recherche zu dir, ich hab dich gegoogelt, hab Interviews mit dir gelesen und auf einmal sagt dir die Google-Auto-Vervollständigung Iran-Haft oder irgendwie sowas bei deinem Namen. Ach. Ja, ne? Hättest du jetzt gar nicht erwartet, dass so ein Thema nochmal kommt. Ähm, nein, ich hab dich natürlich, weil es ein bisschen fieseres Thema wahrscheinlich ist, für dich gefragt, ob wir drüber reden dürfen. Du meintest, ja, können wir. Mal gucken, wie weit das klappt. Du bist am 9. Oktober 2010 in den Iran geflogen. Mhm. Ähm, du bist da zusammen mit Markus Hellwichen geflogen für die Bild am Sonntag. Mhm. Ihr wolltet ein Interview führen mit dem Sohn einer Frau. Ich lese es gerade ab, um keinen Fehler zu machen. Sakine Ashtiani. Danke, dass du mir den Namen abgenommen hast. Den Namen kenn ich, ja. Und die wurde dort irgendwie zum Tode verurteilt wegen Ehebruch. Das wollen wir jetzt alles gar nicht irgendwie beurteilen. Das ist alles schon verrückt genug. Na, es ist was ziemlich Blödes passiert. Und bevor wir gleich erklären, was passiert ist, würdest du heute sagen, das war so der größte Fehler deines Lebens, dich auf diesen Trip eingelassen zu haben? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, wir sind zu einem Interview aufgebrochen. Und, ähm, ja, waren da ein bisschen blauäugig unterwegs und, äh, hatten nicht das richtige Visum. Und wurden dann verhaftet. Am nächsten Tag direkt, ne? Wir wurden quasi während des Interviews, also jetzt in dieser Situation, zwei Menschen sitzen am Tisch, unterhalten sich. Im damaligen Fall war das in einem, äh, in einem Anwaltsbüro. Und, ähm, was an sich schon total dumm ist, sich im Iran in einem Anwaltsbüro von jemandem zu treffen, der, ähm, Sachen verteidigt, die dem Regime jetzt nicht so gut gefallen. Aber gut, den Fehler haben wir gemacht. Und, ähm, dann steht auf einmal der Geheimdienst in der Tür und, ähm, guckt mal. Und, ähm, nimmt dich mit und sagt, ähm, Spionage. Ja. Da ist er jetzt. Der Celebrity-Fotograf aus Deutschland, der mit Promis rumhängt und irgendwie sagt die Bild am Sonntag, hey, wir haben da so eine Geschichte. Oder Markus Hewig hat selber, glaube ich, war ja gar nicht so die Riesenansage von oben, ne? Ähm, hat gesagt, ich hab da so eine Geschichte im Iran. Ich hab ein bisschen mich dazu belesen. Er wollte auch mal wieder eine geile Story bringen für die Bild am Sonntag. Hat das ein bisschen, ein bisschen Druck hat er irgendwo mal im Interview erzählt und dachte, ey, wir machen diese geile Geschichte im Iran. Also, ich glaub, das ist jetzt zu, zu labidar erzählt. Aber er wollte irgendwie eine, ja, für mich war es natürlich auch ein Ding, um mal was anderes zu machen. Natürlich ist es, äh, ist es spannend, äh, andere Themenbereiche als Fotografe abzudecken. Aber man, ich hab gelernt, man sollte da auf jeden Fall im Thema sein. Hm, darauf wollte ich jetzt hinaus mit meiner Frage. Ich war nicht im Thema, Andreas. Ja, warst du, du hast hier irgendwie Celebrities hoch und runter fotografiert, hast du in deinem Leben vorher schon mal eine kritische Reportage im Ausland geschossen oder sowas? Nee. Nee, ne? Nee. Und dann all in. Also, bevor jetzt wir noch mehr um den heißen Brei herumreden, am Ende warst du, ich guck noch mal nach, damit ich es nicht falsch sage, 132 Tage im Iran in Haft. Und da wahrscheinlich nicht den allerschönsten Bedingungen, gut, im Vergleich zu anderen wahrscheinlich noch, ich, ich, ich mutmaße gerade. Ja. Ähm, aber ich hab das gelesen vor zwei Tagen, dachte so, oh, das ist jetzt nix, was man mal eben so, die Polizei hat mich mal an der Straße rechts rausgewunken und ein Ticket verteilt, sondern irgendwie über vier Monate im Iran in Haft zu sein, weil man gesagt hat, ich hab einen Fehler gemacht und bin unvorbereitet in ein Land gefahren und wusste nicht ganz, worauf ich mich einlasse. Ja, es ist halt einfach richtig, äh, richtig scheiße gelaufen. Ähm, allerdings, ähm, wenn man das, wenn man das, was passiert ist, so kurz zusammenpackt, ist das natürlich noch mal was anderes, als wenn man selber in der Situation ist und das erlebt, man quasi langsam in die Situation einer Gefangenschaft gerät. also, das passiert natürlich von jetzt auf gleich, aber es, 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 es klingt wahrscheinlich blöd, wenn man sagt, es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt, aber ist es nicht, weil, der Mensch kann einfach sehr, sehr viel aushalten, wenn er viel aushalten muss und, naja, du hoffst, dass du jeden Tag, äh, freikommst und, ähm, so vergehen die Tage. mit rauf und runter. Also, ich habe jetzt von dir so ziemlich alles an Reaktionen erwartet, aber nicht den Satz, das, wie hast du es gerade gesagt, es ist nicht so schlimm, wie man, nee, hast du das gerade so gesagt? Ja, es ist nicht so schlimm, wie man denkt, aber vielleicht ist das auch ein, ist das auch ein, eine Schutzreaktion von mir, ähm, es ist natürlich ganz, ganz furchtbar, aber, man muss da durch, also, es ist dann halt wirklich einfach, ähm, Augen zu, fuck it und durch und, die meistgestellte Frage, die dann immer kommt, ist, äh, hattest du Todesangst? Nein, ich hatte keine Todesangst, was auch damit zu tun hat, dass du, ähm, andere Haftbedingungen hast, als jetzt ein normaler, äh, Regimekritiker, der gefoltert wird und, ähm, in irgendeinem Dreckskäfig hängt, ähm, wir hatten es relativ komfortabel in einem, in einem, in einem, im Geheimdienstgefängnis, ähm, gutes Essen und Fußbodenheizung, am Ende ist es natürlich trotzdem, äh, ein Gefängnis und du hast nachts eine Stahltür, ähm, zwischen dir und, ähm, der Freiheit, aber das hilft zumindest, ähm, um nicht zu zerbrechen, ja. Fragst du also, ähm, ja, ähm, ich bin so baff, dass ich gar nicht so richtig weiß, welche von meinen ganz toll vorbereiteten fünf, sechs Fragen, die ich jetzt hier noch stehen habe, ich als nächstes fragen soll, weil du so aufgeklärt davon redest, dass ich mich auch genauso wie du gerade frage, Schutzmechanismus oder doch alles gar nicht so schlimm, für mich klingt irgendwie vier Monate in iranischer Haft zu sein, absolut wie die Hölle. Ja, es ist natürlich die absolute Hölle. dass man rauskommt oder ob man rauskommt oder. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Schutzmechanismus von mir. Du hast dich da wahrscheinlich ein bisschen hoffentlich mit Profis hinterher beschäftigt, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ich versuche mal trotzdem, mich so ein bisschen an meinen Fragen entlang zu hangeln. Ähm, fragst du dich manchmal, also zurück zu dem, zu der Arbeit als Profifotograf, was du als jemand, der weiß, wie man mit Celebrities umgeht, der weiß, wie man Leute in zwei Minuten irgendwie in einem Hotelzimmer irgendwie dazu bringt, was Faxen vor die Kamera zu machen, fragst du dich manchmal, was du damals hättest anders machen können in der Vorbereitung dieses, dieser ganzen Sache sozusagen, also ihr seid dort eingereist, ich erkläre es nochmal ganz kurz, normalerweise um im Iran zu arbeiten, fragst du dich nicht, okay, ich erkläre es trotzdem nochmal ganz kurz, was passiert ist, normalerweise um im Iran zu arbeiten, sollte man ganz, 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 ganz dringend als Journalist ein Journalistenvisum haben, wenn nicht, ist man schon gefühlt mit einem Bein im Knast, das habt ihr damals, glaube ich, nicht gekriegt und habt gesagt, ja komm, machen wir trotzdem, ne? Ja. Du nix, ähm, du fragst dich nicht, was du hättest anders machen können. Nicht mehr, nein. Nicht mehr, okay, das Thema ist abgehakt, ich merke es schon so, ne? Ja, ja, genau. Ich will die Geschichte trotzdem ganz kurz zu Ende erzählen, nach 132 Tagen wurdest du da von Guido Westerwelle persönlich abgeholt. Das klingt jetzt, ich muss jetzt lachen, also ich meine, wer kann schon sagen, dass er irgendwie vom Außenminister persönlich abgeholt wurde? Ähm, 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 ja, nicht viele. Nicht viele, ja, ich fühle mich jetzt da bescheuert dafür, dass ich sage, ich muss da jetzt lachen, wir sitzen voreinander und gucken uns ins Gesicht und, äh, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ich will das Thema gar nicht so weit aufmachen, wir haben uns vorher drüber unterhalten, ich darf es aufmachen, ähm, ich will eigentlich darauf hinaus, was hat dieses Erlebnis mit dir als Fotograf, der sozusagen vorher an der Oberfläche hauptsächlich gearbeitet hat, mit Promis, also an dieser, in diesen zwei, fünf Minuten Terminen, immer nur lachen, gib mir das, mach mir mal den Kick in die Kamera, hat das was mit dir und deiner Arbeit und deinem Selbstverständnis als Mensch gemacht? Ja, also man nimmt sich natürlich während der Zeit, in der man da so viel Zeit hat, über alles nachzudenken und tausendmal zu wälzen, ähm, wenn man danach da rauskommt und, ähm, in der Nacht- und Nebelaktion, äh, innerhalb von zehn Stunden aus dem, aus dem Knast abgeholt wird, also man, man hat schon geahnt, okay, jetzt tut sich was, man hat ein ganz, man ist ganz sensibilisiert in, in dieser Zelle und merkt aber durch, ich weiß gar nicht durch was, man merkt, es tut sich was, man hat natürlich immer Kontakt mit Botschafters, und so weiter, ähm, und dann heißt es irgendwann, ja, ja, pack mal eure Sachen jetzt, geht los, oh, okay, geht los, und zehn Stunden später stehst du, äh, im Prenzlauer Berg vorm Bäcker und, guckst in den Himmel und denkst so, oh, hm, krass, da sind wir jetzt, und davon mit nimmst du, und dann nimmst du danach ganz, ganz viel, aber das wächst sich tatsächlich auch wieder ein bisschen raus, weil das ganz normale Leben einen, einen wieder einholt, man, äh, man denkt natürlich, ich reg mich nie wieder über, Radfahrer in Berlin auf, aber natürlich raste ich, äh, immer noch aus, äh, bei Radfahrern in Berlin, aber es, ähm, ist tatsächlich jetzt schon so lange her, dass, ähm, dass ich mich da nicht, das nicht nutze, um mich zu berück zu sinnen auf, die wichtigen Sachen, also da brauche ich das Erlebnis jetzt nicht mehr zu, aber natürlich hat es damals geholfen, ähm, ne, ne Scheißegal-Einstellung gegenüber Sachen zu entwickeln, die nicht wirklich wichtig sind. Ich wünschte, ich hätte davon noch ein bisschen mehr behalten, aber, ähm, ja, das, äh, normale Leben holt einen doch dann schnell wieder ein. Hm, ich hatte jetzt natürlich auch in der Vorbereitung, ich so dachte, stellst du jetzt so die ganz, ganz tiefen Fragen und wie, hab ich ja teilweise schon versucht, hatte ich das verändert, gehst du heute an so ein Shooting mit David Hasselhoff irgendwie mehr mit einer Scheißegal-Haltung ran oder sonst was, aber, ne, selbst so ein einschneidendes Erlebnis, was ich niemandem wünsche, wie irgendwie da vier Monate in so einem, äh, Gefängnis zu sitzen, verändert eine Karriere nicht so maßgeblich, dass man hinterher sagt, oh, ich werde jetzt Amnesty International Reportage-Fotograf und, äh, keine Ahnung, das ist jetzt das absolute Gegenteil sozusagen, was ich mir jetzt einfach spontan ausgedacht habe. Ne, dafür bin ich dann wohl doch zu oberflächlich. Das hast du jetzt gesagt. Das hast jetzt wirklich du gesagt, ja. Nein, ich mag einfach lieber die schönen Sachen. Das ist einfach so. Ich schütze mich, indem ich Sachen fotografiere, die mir Spaß machen und die schön sind. Ich möchte nicht in Kriegsgebieten fotografieren. Ich finde es aber toll, dass es andere gibt, die ihr Leben dafür riskieren, zu zeigen, was in der Welt passiert. Ich möchte es aber nicht tun. Jetzt mit ein bisschen Abstand zu damals. Warum hast du es damals gemacht? Warum bist du hingegangen? Ich habe in einem Interview von euch gelesen, dass ihr schon am Flughafen in Tegel oder wo ihr abgeflogen seid, schon saßt und euch kurz gefragt habt, ist das eine gute Idee? Habe ich das richtig gelesen? Ja, natürlich. Soweit waren wir dann schon, dass wir wussten, dass das jetzt nicht das Sicherste ist. Aber warum ich es gemacht habe, habe ich ja vorhin schon mal kurz erklärt. Weil es halt einfach die Vielfalt des Jobs ist. Aber man sollte sich halt gut überlegen, wie vielfältig das sein soll. Bei mir war es auf jeden Fall zu vielfältig. Ich bleibe schön auf der Oberfläche. Ja, das ist in deinem Fall ja wirklich so. Also es ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern Stars fotografieren in zwei bis fünf Minuten ist Oberfläche pur. Ja. Am Ende ist ja ein Podcast von Fotografen für Fotografen. Hier das Ganze. Ihr seid da rausgekommen. Statt irgendwie einer irrsinnigen Haftlänge, die da irgendwie festgelegt wurde vom iranischen Justizsystem. 36.000 Euro, 36.500 Euro Geldstrafe hat der Axel Springer Verlag bezahlt für dich, was auch keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man als Freelancer dahin unterwegs ist. Nee, da wurde ich tatsächlich als Freelancer ganz gut aufgefangen, ja. Genau, jetzt machst du das Thema mit auf. Das ist ein Thema unter Reportage, Kriegs-Sozialfotografen ganz oft, dass Freelancer, wenn sie dann irgendwie als freier Arbeiter für die New York Times irgendwo nach Syrien fahren und dort irgendwie verwundet werden oder sonst was, wird immer wieder viel kritisiert, so, wenn dann was passiert, ist man am Ende der Arsch, weil man eben nicht der Festangestellte ist, der irgendwie den guten Vertrag hat. Wie war das bei dir? Da hatte ich währenddessen tatsächlich also mir generell wenig Gedanken gemacht, aber hatte auch keine Sorge, dass ich jetzt in irgendein schlimmes Loch fallen würde. Also ich war ja schon in einem schlimmen Loch, von daher. Aber nee, der Verlag hat sich ganz gut gekümmert und hat mir Auszeit gegeben und dann ging es wohl überlegt weiter. Ja, wow. Ich könnte jetzt hier noch ganz viele diepe Anschlussfragen stellen. Mach doch mal. Du hast das Thema ja irgendwie, ich habe das Gefühl, du hast das schon ganz gut abgeschlossen für dich. Natürlich poppen jetzt in mir sofort irgendwie Fragen, wie viel ist davon Verdrängung, wie viel ist davon, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Wenn ich jemanden höre, der war vier Monate in so einem Loch in Iran, Ich reflektiere das ja durch so aus. Dann denke ich mir so, der muss da als gebrochener Mensch rauskommen, weil er ein geiles Foto haben wollte. Und jetzt sitze ich dich hier vor und du sagst, nö, ist alles schick, ich mache danach wieder Promis. Da kämpfen so zwei Stimmen in mir. Der eine sagt, ja, okay, beende das Thema. Und der Nächste sagt, na ja, vielleicht ist da doch noch mehr, was der Jens noch loswerden möchte. Oder für sich noch nicht ganz. Ja, das ist ein Psychologen-Podcast. Ja, ja, Psychologen-Podcast hier, genau. Wie bei Urban auch neulich schon. Ja, natürlich schützt man sich vor so einem Erlebnis und dem daraus Resultierenden. Aber ich habe mich da schon so eingeordnet, kopfmäßig, dass ich da durchkomme. Und vielleicht bin ich da einfach auch irgendwie, da ist mein Selbstschutz zu groß. Also, du sitzt da drin und denkst so, ja, ist scheiße, aber noch beschissener wäre es, wenn du jetzt in einem der Nachbarländer in irgendeiner scheiß Höhle sitzen würdest. Also, bei den Taliban. Ist das das, wie man sich da schön redet quasi? Ja, natürlich. Und es gelingt einem auch. Weil du kriegst gutes Essen und es ist absurd, das zu sagen, aber es ist wirklich, wir haben einfach gutes Essen bekommen. Und du denkst, ja, du bist zwar eingesperrt, aber die Fußbodenheizung hättest du jetzt in der Höhle in Afghanistan nicht, wo es um Lösegeld geht und so. Und dann weißt du auch, die politischen Verbindungen zwischen Iran und Deutschland sind eigentlich gut. Die verschiedenen Kräfte dann im Iran haben es dann nicht erleichtert, aber du weißt irgendwie, dir das so zu machen, dass du weißt, du kommst da raus und es wird alles gut. Und das hat ja zum Glück auch geklappt. Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich wäre das wirklich nochmal ein Thema für einen Psychologen-Podcast. Ich merke, ich bin überfordert damit, zu entscheiden, welche Frage stelle ich, welche nicht. Aber das ist mir auch nur ... Fragen. Ich kann das ja immer noch sagen, finde ich blöd, die Frage. Also von daher ... Ja, also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, wie man denkt, so ich würde doch nur hierher und ein Foto machen, vielleicht für mein Ego endlich auch eine geile Reportage im Iran fotografiert zu haben. irgendwie ... Und am Ende sitzt man da an diesem Scheißloch und durfte eine Stunde am Tag raus, glaube ich. Oder wie waren die Regeln bei euch? Oder eine halbe Stunde? Ja, das war unterschiedlich. Aber meistens so eine Stunde, ja. Vielleicht stelle ich es mir auch so doof vor, dass man da sein ganzes Leben in Frage stellt und sich fragt, will ich noch was anderes machen in meinem Leben, als Lady Gaga zu fotografieren? Aber man ist wahrscheinlich schneller im Alltag wieder drin, als man denkt, oder? Und das meine ich, wenn ich sage, dass das Erlebnis an sich ein anderes ist, als wenn man von einem Schicksal von außen hört, weil das halt was ganz Persönliches ist, was ganz nah ist und man sich da als Mensch einfach psychologisch durchmanövrieren muss, um das zu überstehen, weil man ja da auch nicht aufgibt und sagt, das war es jetzt. Weil wenn du sagst, das war es jetzt, dann war es das im schlechtesten Fall auch. Und du musst halt einfach Augen zu und durch. Und dann, ja, vielleicht bin ich einfach ein harter Hund. Was ihr jetzt nicht seht, ist das Keckegrinsen in meine Richtung, das leicht ironische Augenzwinkern. Das war ein freches Augenzwinkern. Ein freches Augenzwinkern. Gut, ich habe in dieser Folge gelernt, mit so tiefen Themen bin ich dann doch überfordert. Ich möchte gerne das Thema ändern. Nee, du hast das gut gemacht. Danke. Trotzdem, nächstes Thema? Ja. Ja? Gut, ich würde gerne ... Also kann sein, dass ich eine Sekunde brauche, um den Schnitt zu schaffen, aber mach mal. Es ist ja von der einen Krassheit zur nächsten. Ich bin jetzt aber mal so ganz direkt nächstes Thema. Ja. Du hast von diesem Scheißerlebnis in deinem Leben, kann man so sagen, oder? Ja, klar. Hätte man sich klemmen können sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Also das musste jetzt nicht sein. Bist du zu deinem, weiß nicht, Höhepunkt, denke ich mir jetzt aus, aber zu einem Moment gekommen, jetzt lächelst du schon wieder. Du hättest keinen besseren Sprung schaffen können, lieber Andreas. Du hast vor anderthalb Jahren, hast du noch in einem Interview gesagt, als du gefragt wurdest, wen möchtest du einmal vor deiner Kamera haben? So eine Frage, die dir wahrscheinlich oft gestellt wird, weil du hattest ja alle bis auf Brad Pitt schon vor der Kamera. Hast du gesagt, Till Lindemann von Rammstein möchte ich einmal im Leben vor die Kamera kriegen. Jetzt habe ich mich die letzten Tage auf dich vorbereitet und für mich warst du, weil ich dich erst seit einem Jahr ungefähr so durch Social Media kenne, warst du der Rammstein-Fotograf. Anderthalb Jahre später, von null auf hundert. Ja, es hat sich einiges getan in dem letzten Jahr und dazu gehörte auch, dass ich mit der Band arbeiten durfte, die meine musikalische Liebe geprägt hat, die mich zur harten Musik geführt hat, die mein Herz erfüllt. Gratulation. Wie hat das geklappt? Also Rammstein, genau. Jetzt habe ich dir gerade drüber gelabert, während du den Bandnamen nochmal sagen würdest. Rammstein. Wie kam es dazu, dass du vor anderthalb Jahren noch sagtest, ich möchte mal einmal mit Till Lindemann arbeiten und jetzt, anderthalb Jahre später, sehe ich die Fotos, die Till Lindemann auf Instagram postet und die Pressefotos und das Rolling Stone-Cover ist von dir mit Rammstein drauf. Hä? Ja, ich verarbeite es gerade selber erst ganz langsam, weil die Europatour gerade vorgestern in Wien vorbeigegangen ist und es noch ganz viel Schönes in meinem Kopf ist, was jetzt langsam zur Ruhe kommen muss. Das hat sich einfach dadurch ergeben, also ich habe die Jungs schon ganz lange auf dem Zettel gehabt und dachte, natürlich, das wäre es, aber manchmal ist es ja so, dass man bei Leuten, auch in meinem Job, wenn man Leute ganz toll findet, denkt man dann vielleicht auch, hat man so eine Hemmschwelle und denkt so, nee, komm, das ist halt einfach unerreichbar und das ist auch in Ordnung so. Du brauchst ja immer irgendwelche Ziele, an denen du arbeitest und dann hat es sich ergeben, dass mein lieber Freund Rocco, der Produzent ist, für Katapult die Videoproduktion einer Single in Auftrag gegeben bekommen hatte und sagte mir, ach so, ich drehe übrigens mit Rammstein in Video im nächsten Monat. Und ich so, ist nicht dein Ernst. Du weißt genau, was du zu tun hast. Du musst mich da jetzt irgendwie ranbringen. Das ist die Chance. Und da wusste ich dann auch, okay, das ist jetzt die Chance, auf die du lange gewartet hast, wo du der Sache endlich näher kommen könntest. Hast du den Champagnerkasten verschickt? Noch gar nicht, stimmt. Nee, nee, ich meine damals dann. Ich wollte jetzt nochmal auf dieses blöde, den Champagner. Nee, das ist ein Freund von mir, von daher braucht es keinen Champagner. Nee, nee, ich meine an, oder ist egal, ich lasse dich mal weiter erzählen. Du kriegst auf jeden Fall eine Kiste Champagner. Da war die Möglichkeit. Und was absurd ist, weil ich in Prenzlauer Berg gelebt habe und die Jungs da auch leben und ich die auch ab und zu auf der Straße gesehen habe, aber das funktioniert halt nicht so, dass man dann Leute auf der Straße anquatscht, sondern du brauchst halt irgendwie eine Tür öffnen, da musst du halt irgendwie reinkommen. Und das war halt mein Freund. Und der meinte, ja, ich gucke mal, was ich machen kann. Und ich habe mich dann bei der Produktionsfirma angekündigt. Ich habe gesagt, dass ich zufälligerweise zur selben Zeit am Drehort bin in Südafrika. Du warst natürlich nicht zufälligerweise. Das war der Dreh für Ausländer, glaube ich, oder? Genau, Ausländer. Das war der traumhafte Dreh für Ausländer. Und dann ging das seinen Weg, dass die Produktionsfirma mich weiterempfohlen hat zur Plattenfirma. Und die Plattenfirma hat es direkt weitergegeben ans Management. Und dann riefen die an und meinten, ja, komm doch mal vorbei. Was hast du denen denn da gepitcht? Hey, ich würde gerne den filmbegleitenden, die Drehbegleitenden Fotos machen. Ja, genau. Ich habe gesagt, hier ist mein Portfolio. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen. Und dann habe ich gesagt, ich bin da und ich würde gerne vorbeikommen und ein paar Fotos machen für euch. For free. Warte mal, wie war denn das? Ich glaube, ich habe es for free angeboten. Wurde dann aber direkt für eine ganze Woche gebucht. Was ich ganz gut fand. Hätte gar nicht sein müssen. Naja, auf jeden Fall durfte ich die Jungs da kennenlernen. Und wir haben dann zwei Tage Video gedreht und hatten Zeit, uns kennenzulernen. Und daraus ist eine ganz große Liebe meinerseits entstanden. Und man sagt ja immer, never met your idols, weil es irgendwie immer eine Enttäuschung ist. Aber jetzt nach so vielen Monaten kann ich nur sagen, die Liebe ist ins Unermessliche gewachsen. Weil du hast jetzt mit den Jungs über 30 Konzerte auf der Europa-Tournee, glaube ich, mitgemacht, oder? Ja, genau. Ja, also du hast jetzt, was ich so sehe da draußen, ist wie gesagt so ein Rolling Stone, Rolling Stones? Genau. Rolling Stone Cover, ohne S am Ende. Genau. Rolling Stone Cover, Pressefotos, machst du für die, oder? Oder nur dann für die Magazine? Und dann diese Woche Videodreh in traumhafter Kulisse, wo ich mich dann irgendwie auch persönlich beweisen konnte, sozusagen. Und da sind wir wieder beim Punkt, wie wichtig dann und wie schön es ist, wenn du mit Leuten arbeiten kannst, die du magst und bewunderst in dem Fall. Weil dann gibst du automatisch alles und hast du Leidenschaft und die spiegelt sich dann vermutlich auch in den Bildern wieder. und dann ging es wieder zurück nach Berlin und die Bilder waren ganz gut, was natürlich auch nicht besonders schwer war in in Südafrika mit sechs so gut aussehenden Metal-Musikern. In einem Filmset voll mit irgendwie Requisiten und Co. oder draufhalten und möglichst nicht über- oder unterbelichten. Ist da wahrscheinlich so einigermaßen die die Belichtung treffen. Ja, machst den Schalter auf P an der Kamera und los geht's. Nein, der Anspruch ist da wahrscheinlich schon ein bisschen höher, aber Ja, der Anspruch ist natürlich insofern hoch, dass ich dass ich als Fan von dieser Band natürlich ein Bandfoto machen möchte. Aber Bandfoto stand jetzt nicht ganz oben auf der Liste, weil die natürlich ein Video drehen mussten und dann habe ich es aber irgendwie geschafft, die auf dem Weg zum Set für ein Foto so zu manövrieren, dass sie auf einmal alle zusammenstanden und ich da meinte so, ach guck mal, es steht ja alle zusammen, dann lasst doch mal, stellt euch doch mal eben hin und dann haben wir zwei, drei Fotos gemacht und das wurde dann sozusagen so ein bisschen das das Foto für 2019, wie sie da am Strand stehen und sagen, hey, wir sind wieder da. Packen wir in die Shownotes das Foto, oder? In die was? In die Shownotes, also das ist das, was immer alle Leute hier vermissen. Auf Spotify gibt es leider keine Shownotes, aber alle, die woanders hören, können jetzt unten reinklicken in ihren Podcast-Player und sich das Bild angucken. Genau, die beste sind gerade in Südafrika-Kulisse und dann gingen wir wieder alle nach Berlin zurück und dann rief irgendwann der Rolling Stone an oder schrieb und meinte, ja, wir hätten da was, wir können aber nicht drüber reden, hättest du dann und dann Zeit? Und ich so, hä, Rolling Stone? Die rufen nicht so an oder die melden sich nicht bei mir, die machen das anders normalerweise. Und da wusste ich schon ungefähr, konnte ich mir schon denken, worum es ging und dann hieß es, ja, wir machen zwei Cover mit Rammstein. Eins in schwarz, eins in weiß, einmal nett, einmal böse ja, das fand ich dann ziemlich gut, weil es auch mal was anderes war, als einfach nur also zwei Cover beim Rolling Stone zu bekommen, eine Ausgabe, zwei verschiedene Cover war schon was ganz Besonderes. Also ich würde mich ja schon über ein Cover freuen. Ja, ich hätte mich ja schon für ein Innenseitenfoto mal gefreut. Also da bist du dann sozusagen das zweite Mal auf die Band getroffen. Genau, und die meinten dann, ja, das machen wir dann mit Jens und dann haben wir. Die haben dich vorgeschlagen? Genau. Hm. Genau, die wollten vermutlich mit jemandem arbeiten, den sie schon kennen und das fiel mir dann zu, sozusagen. Und da habt ihr dann das zweite Mal gearbeitet und am Ende ist da jetzt so eine Dauerbeziehung draus geworden quasi oder weil, weil ich gehe auf deinen Insta-Profil oder wo auch mal man dich irgendwie auf Facebook oder so irgendwie so stalken kann in Vorbereitung zu so einem Interview. Das ist irgendwie alles voll mit Rammstein. Ich gehe aufs Rammstein-Profil und sehe nur so Copyright, Foto, Jens Koch. Ja, ich brauche auch nichts anderes mehr. Ich will einfach nur noch Rammstein fotografieren, alles andere. Bist du jetzt sozusagen für Rammstein das geworden, was Paul Rippke eine Zeit lang für Materia war? Also bist du jetzt so der Haus- und Hochfotograf von Rammstein? Ich würde mich niemals, würde mir niemals anmaßen, mich mit Paul Rippke zu vergleichen. Nee, das wäre tatsächlich anmaßend. Nee, keine Ahnung, es ist eine ganz wunderbare Reise gewesen mit Rammstein und mal gucken, was da noch so kommt. Aber du hast jetzt 30 Konzerte auch, also bist du sozusagen von dem Rolling Stone Cover Fotografen auch Konzertfotograf. Genau, wir haben das Rolling Stone Cover gemacht und dann hieß es, ach, wenn wir doch schon mal zusammen sind, können wir doch noch ein paar Bandfotos machen. Denkt dir doch mal fünf bis sechs Bandmotive aus. Jetzt nicht in der Sekunde am selben Ort, oder? Nee, ich habe dann schon noch ein bisschen Zeit, aber das ist natürlich das Beste, was dir passieren kann, dass du deine persönliche Leidenschaft mit dem Job verbinden kannst und dir ausdenken darfst, wie du deine Lieblingsband am liebsten fotografieren würdest und das dann auch noch machen darfst. Und die Jungs sind ganz zauberhaft und sind offen für Ideen und so passiert es dann halt, dass sie, dass sie mit Hundewelpen auf dem Arm fotografiert werden, was für mich ein ganz, was für mich mein absolutes Traummotiv ist, weil man natürlich so ein Bild hat von Rammstein und der Rolling Stone hatte ja die auf weiß fotografiert, mit weißen Klamotten an und freundlichen Gesichtern und dann dachte ich mir, das müsste man doch eigentlich irgendwie noch toppen und das konnte man dann am besten mit einem pinken Hintergrund und Hundewelpen. Ist das was, wo man, also ich würde jetzt sagen, du bist halt, du hast ja gesagt, das war schon deine Lieblingsband, ist das was, wo man sagen kann, dass da muss man so sehr im Thema sein, also ich weiß nicht, ich hätte jetzt Rammstein mich gebucht, um jetzt das Pressefoto zu machen. Ich wäre wahrscheinlich nicht auf diese völlig bekloppte, überspitzte Idee gekommen, den Hundewelpen in den Arm zu setzen, zu legen. Du als wahrscheinlich 10-, 20-Jähriger, jahrelanger Rammstein-Ferrin. Ja, ich kenne natürlich alle Bilder und weiß, wie die sich entwickelt haben, was Olaf Heine für tolle Bilder gemacht hat und habe einfach versucht, das demutsvoll weiterzuentwickeln. Und diese Tournee, die du da jetzt begleitet hast, 30 Konzerte lang, 30 Konzerte ist eine ganze Menge, oder? Das ist viel zu wenig. Ich wollte, also meine nächste Frage auf dem Zettel, guck mal, steht wirklich, so ist das auf Dauer nicht recht langweilig? Nee, überhaupt nicht, aber natürlich stellt sich auf, stellt sich, gibt es irgendwas, was einen kreativ am, am Arbeiten hält, weil man nach 20 Shows immer noch ein Foto machen will, was man, was man noch nicht gemacht hat. Und, wenn du so viel, so viel Liebe für eine Band und für die Musik hast, du, ich hatte mir tatsächlich ja Tickets gekauft für die, für die Show in Berlin und hatte welche bekommen und, auch bevor du wusstest, dass du für die Jungs dort in den Bühnen graben darfst. und habe mich riesig gefreut und, hätte mir jemand gesagt, dass ich dann irgendwie auf die ganze Tour mitkommen darf und, die kennenlernen darf und, die in allen möglichen Situationen fotografieren darf, hätte ich, wäre ich natürlich tot umgefallen. und das ist so ein Feuer, was, was dich so am Laufen hält, dass du, dass du dich ständig ertappst in Momenten, wo du denkst, boah, das ist ja unglaublich eigentlich. Wie oft hast du dir vorher Almost Famous reingezogen, den Film? Ich glaube gar nicht. Gar nicht? Aber du kennst den, oder? Ich kenne den Titel, aber wer, was? Almost Famous ist ein Film, ich weiß nicht, der ist 15 Jahre alt oder so, da geht es darum, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, dass ein junger Redakteur an den 60ern, 70ern, so Hochzeit, Rolling Stones, Beatles, keine Ahnung, war das so? Da ungefähr, ne? Vom Rolling Stone beauftragt wird, irgendwie Musikern hinterher zu reisen und über die zu schreiben und so weiter, was der Rolling Stone aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass er gerade mal irgendwie gefühlt 16 ist oder so. Er wird, er darf mit seinen Traumbands irgendwie da jetzt, da durch die USA touren und erlebt sie aber auch all die Schattenseiten und erlebt auch die Momente, wo er vorher nicht gedacht hätte, dass es die gibt, bei so einer Band. Ja. Hast du das auch? Dann bist du auf einmal mit deinen Göttern unterwegs, mit Rammstein und merkst auf einmal, die sitzen vorher auch nur am Frühstückstisch im Hotel und regen sich auf, dass es keine Eier mehr gibt oder so? Ne, also ich fühle mich tatsächlich wie ein 16-Jähriger, aber ich kann überhaupt keine Ernüchterung feststellen. Also Never Meet Your Idols ist bei dir nicht eingetreten? Ne, absolut nicht. Das sind die allerliebsten, die allerliebsten Musiker, die ich mir vorstellen kann und einfach ganz nette, zuvorkommende Rossis. Da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder und ich glaube, das ist tatsächlich ein Ding. Ich glaube, wird es mir einfach anders sozialisiert sind, Andreas. Ich glaube es dir auch. Es kommt hier und da manchmal in so einigen Folgen hier und darüber. Ich diskutiere das viel zu Hause und mit Freunden. Ich glaube ja auch daran, du bist, warte mal, Mauerfall, ich war 6, 7, dann warst du so 9, wahrscheinlich so 9, 10, irgendwie so in dem Dreh. David Hessler hat die Mauer eingerissen, als ich 7 war. Genau. Ich glaube auch daran, dass es schon noch was macht und selbst die 10 Jahre danach, weil unsere Eltern ja sozialisiert waren und so weiter und so fort. Auf jeden Fall. Und das merkst du heute in deiner Arbeit, ja? Das wurde mir jetzt nochmal in meiner Arbeit, glaube ich, bestätigt. Aber vielleicht passt es auch nur im Klischee, aber ja, ist so. Aber schöne große Klammer, der Ossi, der es geschafft hat, heute David Hesslerhoff zu fotografieren, der die Mauer eingerissen hat, wie wir ja beide wissen. Dank David Hesslerhoff durfte ich, ach nee, Quatsch, die waren ja schon auf der anderen Seite. Es hätte gar kein David Hesslerhoff gebraucht. Aber du kannst heute die ganzen großen Stars fotografieren, in den Iran reisen, auch mit blödem Ende am Ende. Durch diese Karriere, die du da hingelegt hast und durch alles, ich verhaspel mich hier schon wieder in so einem Nonsenssatz, und deinem großen Traum, Rammstein zu fotografieren, nachgehend bist du jetzt durch mit der Tournee, 30 Stück, jetzt ist erstmal Pause, oder? 30 Shows, Pause. Ja. Geht's weiter? Weißt du das schon? Ja, schauen wir mal. Gibt noch keinen Folgeauftrag, aber schauen wir mal. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Wie geht's sonst weiter? Jetzt erstmal ausruhen, oder? Ja, jetzt erstmal ankommen und verarbeiten und in Ruhe nochmal Bilder sichten und Gifs basteln aus Bühnenmotiven. So Sachen halt so. Einfach ein bisschen spielen mit dem Material, was man, den Massen von Material, die ich produziert habe in den letzten Monaten und sich vielleicht des wahrgewordenen Traums da einmal bewusst werden langsam, oder? Ja, weil es natürlich alles auch sehr, sehr schnell ist und man zu viele Eindrücke gewinnt und da doch nicht hinterherkommt, das zu verarbeiten und jetzt ist es so an der Zeit mal in Ruhe zu genießen. Ich hab auf Instagram gesehen, dass du die letzte Show, die hast du arbeitsfrei gekriegt oder wie kann ich mir das vorstellen, dass du die letzte Show das erste Mal überhaupt als Gast quasi dir angucken konntest, im Bühnengraben standest. Ja, genau. Es sollten keine Fotos gemacht werden auf den letzten beiden Shows und das war für mich ein Segen, weil ich gemerkt habe, als es dann soweit war, dass ich von der Show nicht besonders viel mitbekommen habe, weil du natürlich einen Plan hast und eine Liste, wo du wann stehst, um das und das zu fotografieren. Also es ist ja meinerseits durchchoreografiert und du optimierst jedes Mal was daran, wo du stehst, um auch neue Blickwinkel zu entdecken. Wie war die Frage? Ob dieses letzte Konzert, wollte ich eigentlich wissen, ob das ganz besonders für dich war und ein kleines bisschen kätzerisch, wollte ich fragen, du hast ja 29 Shows gar nicht die Chance gehabt, dir das eigentlich in Ruhe anzugucken, sitzt du bei der letzten Show auf einmal da ohne Kamera an der Hand und denkst, ach scheiße, das hätte ich ja mal noch damals mitnehmen können. Gar nicht, ich hatte leicht ein Sitzen und habe einfach ganz dolle gefeiert und ganz, ganz dolle geweint. Zusammen mit Olaf habe ich gesehen, oder? Ja, genau, Olaf war auch da, war ganz schön. Einfach gefeiert, einfach die Musik geliebt, die als Teenager so viel Hass aus meinem Herz gezogen hat und mich durch meine schwierige Kindheit gebracht hat. Schön, mit so viel Hass würde ich diese Folge fast gerne beenden wollen, außer, es gibt ja immer die eine Frage am Ende, möchtest du noch irgendwas loswerden? Möchtest du noch irgendwas erzählen, den Nachwuchsfotografen oder auch den älteren oder gleich alten Kollegen da draußen mitgeben? Gibt es irgendein Thema, worüber du noch reden willst oder sagen wir einfach, ich drücke jetzt hier die Stopp-Taste? Ich glaube, ja, man kann auf jeden Fall noch was mitgeben. Der Tipp ist einfach, wirklich dran zu bleiben und ich glaube, dass nicht viele irgendwie so ein Durchhaltevermögen haben und ich möchte von mir behaupten, dass ich das irgendwie hatte und dass sich das rentiert, weil man halt wirklich ganz viel arbeiten muss. Man muss einfach ganz viel arbeiten und immer dranbleiben und wenn du denkst, es geht nicht mehr weiter, weitermachen und ich sehe das ja gelegentlich am Rande bei anderen Fotografen. Bei manchen fehlt einfach irgendwie das letzte Stück Wille, um zu sagen, ich mache das jetzt. Also ich weiß, dass ich privilegiert bin und ich weiß, das ist ganz toll zu schätzen, was ich machen darf, aber das habe ich mir auch echt erarbeitet, verhandelte Scheiße und wenn man das machen will, dann muss man klotzen und seine Jugend versäumen. Also sage ich jetzt als alter Fotograf, das ist heute im Zeitalter von Instagram nochmal was ganz anderes. Da bist du als 20-Jähriger schnell mal mit einer Band unterwegs und machst dann Content, wo wir dann bei den Content-Creatern wären. Das lässt sich wahrscheinlich einfach nicht vergleichen mit der Zeit, in der wir groß geworden sind. Groß geworden, jetzt klingt es wirklich so hier. Nee, groß, alt. Ich wollte alt sagen. Die Alten erzählen vom Krieg, so ne, Opa. Ja, oh Gott. Aber ihr Jungen da draußen, ihr werdet irgendwann auch so alt sein wie wir jetzt und dann wisst ihr, was wir meinten. Gut, lassen wir das so im Rahmen stehen, ranklotzen, ranklotzen, ranklotzen und dann klappt es auch. Und mir bleibt es jetzt. Und nett sein, nett sein. Seid nett zu Leuten. Da will ich jetzt nicht sofort abbrechen, sondern nochmal nachhaken. Ist wichtig, oder? Ja, dass man, dass man nett ist. Einfach sich selber irgendwie zurücknimmt und einen ganz festen Traum hat und dran bleibt. Pflege deine Kontakte. Kontakte, Kontakte, Kontakte. Das ist, darum geht es eigentlich. Und nett sein. Ja, nett sein zu den Kontakten, genau. Schön. Gut, nett sein finde ich ein schönes Ende. Dann sage ich an dieser Stelle noch ein letztes Mal Prost. Danke, Andreas. Tschüss. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe des PickDrop Podcasts. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, findest du auf iTunes, Spotify, YouTube und in deiner Lieblings-Podcast-App noch viele andere Folgen. Und vor allem kannst du den Podcast dort auch abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du schon mal dabei bist, lass mir doch gleich einen netten Kommentar, ein paar Sternchen, Likes oder einen Daumen hoch da, denn ich freue mich wirklich über jedes einzelne Feedback zu den Gesprächen. Natürlich kannst du unter www.pickdrop.com auch einfach PickDrop selbst ausprobieren, wenn du Lust hast, deine Bilder zukünftig viel einfacher und schöner mit deinen Kunden zu teilen, als du es bisher machst. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin. Mach's gut.